Könntest du bitte einmal meine WhatsApp-Nachricht vorlesen, die ich dir heute Mittag geschickt habe? Die du mir heute Mittag geschickt hast? Also die von vorhin, die du direkt gepostet hast. Was ich übrigens in all meiner Weisen Voraussicht schon fast geahnt habe. Also ich muss dazu sagen, ich hatte ein bisschen Angst. Daniel schrieb mir aus heiterem Himmel, bitte bereite heute Abend eine neue Folge vor und bringe Flexibilität und Offenheit für Neues mit. Und das warf Fragen bei mir auf. Ich habe danach gefragt, was er vorhat. Und er sagte, ich werde an dieser Stelle nicht mehr weiterreden. Du bereitest bitte diesbezüglich nichts anderes vor. Und ich meine, es konnte wirklich nur eigentlich in meinem Kopf um ein Onlyfans-Account gehen. Ich habe gedacht, Daniel will das melken. Jetzt, wo die Fans unsere Gesichter, die Fans, die Zuhörer unsere Gesichter kennen, willst du all in gehen und auch unsere Ärsche verkaufen? Ja. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung, der am schlechtesten laufende Onlyfans-Account ever und wir würden dann dafür irgendwelche Preise abräumen oder so. Oder auch nicht. Ja. Okay, aber das beantwortet ein bisschen die Frage, die ich dir jetzt eigentlich gestellt hätte, nämlich was du denkst, was es damit auf sich haben könnte oder was das bedeuten sollte. Ja, also... Mal ganz realistisch gesprochen. Okay. Was denkst du, warum ich das gesagt habe? Realistisch gesehen wusste ich, dass es wahrscheinlich nichts mit Onlyfans zu tun hat. Ich habe vielleicht ein bisschen gehofft, dass es das hat, aber realistisch natürlich nicht. Es gab zwei Möglichkeiten für mich. Entweder du hast irgendwie eine neue Rubrik am Start für dich, die du irgendwie überlegt hast. Oder du möchtest über eine generelle Erweiterung unserer Themenvielfalt irgendwie mit mir sprechen. Aber ich habe keine Tendenz, ehrlich gesagt. Ja, okay. Alles klar. Aber warte ganz kurz, bevor du antwortest, die obligatorische Vorbereitung. Jetzt bin ich offen für deinen Input. Ja, aber warte ganz kurz, meine obligatorische Vorbereitung. Wart man das? Leider nicht. Aber tatsächlich hat eine Zuhörerin mir nach der letzten Folge so ein kurzes Video geschickt bei Instagram per Direktnachricht von einem Teebeutel, der so auf dem Boden aufschlägt und dieses Geräusch, weil wir darüber gesprochen haben. Und es ist einfach so witzig. Ich hätte das irgendwie gerne eingebracht, aber da bin ich technisch nicht fit genug für. Und klingt das wie so ein Matsch, so ein Tritt in so einen Matschaufen oder so, in eine Pfütze? Also ich bin, es gibt ja diese Police Academy Filme und da gibt es ja diesen einen Protagonisten, der so begabt ist, mit seinem Mund irgendwelche Geräusche nachzumachen. Ich kann das leider nicht, aber es klang in etwa so. Okay. Also, okay, cool. Ja, ja, genau so meine ich jetzt auch. Ja, auf jeden Fall sehr cooler Move, der Hörerin, dass sie es geschickt hat. Finde ich cool. Ja, genau, ich habe heute, und der ist wirklich mega, italienische Limone, der ist wirklich gut. Also kann ich, kein Prolog-Placement, aber der ist lecker. Wie hast du den erstanden? Keine Ahnung, irgendwo im Supermarkt, der ist so ein Standard von diesem Hersteller mit M oder so. Also, ja, guck mal, findest du auf jeden Fall. Okay. Genau, aber dann habe ich direkt noch eine zweite Frage und ich glaube, du kannst es erklären. Was ist Suspense? Suspense? Jetzt überforderst du mich aber hier, das ist quasi, also Alfred Hitchcock galt ja als der Meister des Suspense, also quasi so etwas wie eine spannungsgeladene Erwartungshaltung. Also, die Kunst in einem Film beispielsweise einen gewissen Spannungsbogen, eine gewisse spannungsgeladene Atmosphäre zu erzeugen, ohne grafische Bilder zu zeigen. Einfach nur durch Kameraarbeit, Tontechnik und bestimmte Shots, die bestimmte Gefühle wiedergeben. Das hast du schon, also gerade so aus dem FF relativ gut erklärt. Es ist aber nicht, du hast den Nagel nicht auf den Kopf getroffen. Aber es geht um Hitchcock. Damit warst du schon mal richtig. Du warst sehr, sehr warm. Aber es war noch nicht heiß. Also, bei Hitchcock ist es so, er hat das im Prinzip so aufgezogen, dass der Zuschauer immer etwas mehr wusste als die Protagonisten. Und dass er damit Spannung aufgebaut hat. Das heißt also, die Zuschauer haben schon irgendwas gesehen, das der Protagonist oder die Protagonistin im Film noch nicht kennt. Und deswegen wissen die zum Beispiel, geh jetzt nicht diese Treppe hoch, da wartet der Mörder. Oder, weißt du, geh nicht in den Keller. Oder ach, da hinten liegt eine Bärenfalle auf dem Boden, was auch immer. Okay, eine Bärenfalle gab es, glaube ich, nie mal Hitchcocks Film. Aber das ist das Prinzip. Die Zuschauer wissen etwas, das die Hauptdarsteller noch nicht wissen. Und das habe ich mir überlegt, das machen wir mal hier heute mit Blutspuren. Und natürlich haben wir keinen Zuschauer, sondern Zuhörer. Aber, und hier muss ich auch so eine harmlose Triggerwarnung vorab geben, es wird ein wenig experimentell und auch interaktiv. Und zwar geht es um die Rubrik, was wäre, wenn. Denn, damit warst du schon mal sehr nah dran, du hast es ja schon mal heute vermutet. Und zwar habe ich verschiedene, was wäre, wenn, vorbereitet. Ich habe mich wohl mal hingesetzt, oh Mann, ich habe echt viel darunter geschrieben, aber ich fange mal mit den ersten dreien an. Die werde ich dir aber jetzt nicht nennen. Die werde ich aber gleich, wenn du den Raum verlassen hast, den Zuhörer nennen. Und wenn du den Raum verlassen hast, dann vertraue ich jetzt mal einfach auf deine Ehre, dass du wirklich nicht hörst. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob du Kopfhörer aufhörst, was ich den Leuten jetzt hier erzähle. Und ich werde dir ein Foto per WhatsApp schicken. Okay, es klingt wirklich spannend und interessant. Ich wusste, als du diese Mail geschrieben hast, dass du in deinem kleinen frechen Köpfchen irgendwas ausgebrütet hast. Aber das ist echt eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob ich es total wahnsinnig oder irgendwie mega cool finde. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es eher verrückt. Also pass auf, ich schicke dir dieses Foto. Dieses Foto wirst du bitte bei Instagram sofort posten. Okay. Mit der Bitte, sofort zu reagieren. Einfach nur A, B oder C. Das Erste, was gepostet wird, nehmen wir dann. Ja, also es geht nicht darum, dass jetzt möglichst viele B oder C oder A oder was nehmen, sondern es geht um die erste Antwort, die wir nehmen. Das Wissen natürlich, das muss ich mich jetzt vielleicht schon mal an alle Follower bei Instagram entschuldigen. Ihr werdet das ja dann jetzt auch hören. Es geht also nicht darum, der Schnellste zu sein oder möglichst viel zu sammeln, sondern hier eine Entscheidung zu treffen. Und dieses A, B oder C werde ich dann daraufhin Fabian fragen. Und wie gesagt, ich habe drei mögliche, was wäre wenn, Narrative mir ausgedacht, auf die dann der Fabian danach dann spontan antworten muss. Das bedeutet, wir machen das live hier in der Sendung. Wenn jetzt irgendeiner, ich meine, wir nehmen ja schon zu einer späten Stunde auf, deswegen ist es ja, weil es unangekündigt ist, durchaus möglich, dass es jetzt noch gar nicht, dass niemand heute mehr reagiert, dann darfst du dir was ausruhen, A, B oder C. Das können wir dann gegen Ende der Sendung machen, würde ich vorstellen. Weil der Sendung, sag ich schon, der Folge. Weißt du? Aber es kann ja sein, dass zwischendurch was eintrudelt und dann kannst du ja zwischendurch mal am Handy checken, ob da was reingekommen ist oder nicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das wäre vielleicht der ein oder andere, dann vielleicht doch mal gucken, weil er heute Abend mal aufs Handy guckt und dann sieht, dass du was gepostet hast. Vielleicht, ich weiß es nicht. Während du jedenfalls im Raum nebenan bist und das Ganze machst, werde ich den Zuhörern, und jetzt sind wir beim Dispense, A, B und C nennen. Verstehe. Ja, also du weißt nicht, was auf dich zukommt. Es ist nicht hundertprozentig Suspense, weil es ja nicht live ist, aber es geht fast in die Richtung. Okay, pass auf. Und warte ganz kurz, um nochmal sicher zu gehen, dass du alles gemacht hast, was du machen musst, werde ich dich mit meinem Handy anrufen, du stellst bitte auf laut, und dann mir dein OK holen, und dann kannst du wieder zurückkommen. Wollen wir das so machen? Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich mache einfach meine Kopfhörer aus, dann muss ich den Raum nicht verlassen. Du schickst mir das Foto, ich richte die Story ein, und du gibst mir einfach am Bildschirm ein Zeichen, wenn du wieder am Start bist, dann mache ich die Dinger wieder an. Okay, machen wir so. Okay. Also ich bin jetzt raus. Warte mal, bist du jetzt raus? Ich bin jetzt raus, ja. Jetzt gehe ich. Du hast mich gehört, siehst du, du hast mich gehört. Leute, seht ihr. Ich wollte noch eine Reaktion von dir abwarten, aber jetzt bin ich weg. Von wegen, das war jetzt ein Test von mir. Pass auf, du schreibst jetzt bitte in den Chat, dass du wirklich raus bist. Dann nehme ich das raus. Er hat noch nichts geschrieben, Leute. Okay, er hat es jetzt per WhatsApp geschrieben. So, jetzt sind wir alleine. Das ist ein bisschen seltsam, jetzt mit euch alleine zu sein, ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich vor, Fabian gleich mit dem Handy anzurufen. Das wäre vielleicht ein bisschen lustiger geworden, weil ich dann seine Handynummer verraten hätte. Nein, hätte ich nicht. Kleiner Spaß. Aber alles gut, wir machen das jetzt einfach so. So, also, was wäre, wenn? Möglichkeit Nummer A ist, was wäre, wenn Trump jetzt noch Präsident wäre. B ist, was wäre, wenn Menschen mit Tieren sprechen könnten. Und C ist, was wäre, wenn du eine Zeitreise machen könntest, aber mit einem One-Way-Ticket. So, genau, die drei sind es. Und, ja, mal sehen. Ich glaube, es könnte lustige Diskussionen daraus ergeben. Mal sehen. Ich hole einen Fabian, ich winke mal einen Fabian zurück. Ich will mal sehen, ob es klappt. Kannst du wiederkommen. Ja, okay. Also, du bist durch mit deinen Szenarien, ja? Ja, ich bin durch. Hast du irgendwas gehört? Ich habe nichts gehört. Dann schick mir bitte das Bild, damit ich das... Kannst du Lippen ablesen? Also, habe ich vergessen. Kannst du Lippen ablesen? Ich bin kein Lippen lesen. Sorry, nein. Ich bin kein Lippen lesen. Okay, und ich bin ein ganz schlechter Multitasker. Ich habe mich vergessen, dass ich dir das Bild schicken wollte. Ist egal, wir nehmen jetzt einfach nach die Stelle raus. Ah, warte. Und zack. Okay. So, ich habe das eben schnell gebastelt. Das ist jetzt... Bei so vielen Memes wollte ich auch mal eins machen. Voll gut. Warte. Ich poste das. Ah, ist das so kacke jetzt hier. Wie gesagt, ich schneide das dann. Okay, ich habe es gepostet. Jetzt bin ich gespannt, ob da darauf reagiert wird und was du dann da für Szenarien genannt hast. Ich bin auch sehr gespannt, ob das Ganze funktionieren wird. Ja, also das kam jetzt ja wirklich aus dem Nichts. Ich finde die Idee aber mega. Aber wenn wir das dann bei den nächsten Aufnahmen irgendwie ein bisschen längerfristig ankündigen und ein bisschen gezielter umsetzen, dann wird sich das bestimmt cool einspielen. Aber ich mag das. Ich mag dieses Szenario, dass ich auch nicht weiß, was auf mich zukommt. Ja, ich glaube auch. Also ich meine, man hätte ja streng genommen das so ein bisschen ankündigen können, dass wir heute Abend recorden. Aber manchmal klappt es halt und manchmal nicht. Aber es kommt spontan was dazwischen. Deswegen dachte ich mir, es ist jetzt irgendwie so vielleicht schlauer. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer so ein bisschen, da das ja hier keine professionelle Produktion ist und wir das hier so unter uns ausmachen, kann halt schon was dazwischen kommen. Ich habe mit der Zuhörerin gesprochen, die die erste Zuhörerfolge mitbestreiten wird. Cool. Und wir haben das nächste Wochenende ins Auge gefasst, weil das für sie gut passt von ihrer Arbeit und Freizeitgestaltung her. Und ich habe auch frei. Ich hoffe, dass es dann gut laufen wird, dass du auch Zeit hast. Ich würde dann jetzt diese Woche nutzen, ihr so ein bisschen so auf den Weg zu geben, wie wir das machen, was sie beachten muss und wie wir vorgehen. Ja, sehr cool. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Definitiv. Folge 19 heute schon. Das ist auch crazy, finde ich. Ja, voll. Ich habe eben so, weiß ich nicht, bei Spotify bin ich manchmal so durch unsere Folgen gescrollt und habe gedacht, wir haben echt mittlerweile schon einen ordentlichen Katalog zusammengestellt für, ja, dafür, dass wir so, wie gesagt, so ohne große Planungen irgendwann mal losgelegt haben. Ja, mittlerweile kann man wirklich richtig scrollen. Ja, es sind nicht nur so zwei, drei, die man so hin und her bewegen muss. Genau, genau. Und dann daraus schnell ein GIF basteln, damit es noch viel aussieht. Ja, heute gibt es ein Cold Case. Ich hatte ja abstimmen lassen. Letzte Woche hatten wir einen Serientäter. Heute Cold Case und dann nächste Woche den, in Anführungsstrichen, normalen Mordfall. Ich freue mich drauf. Also, ich bin gespannt, was du zu dem Fall denkst, was du zu sagen hast. Ich finde ihn mega spannend, tatsächlich. Ich habe die Zuhörer auch abstimmen lassen auf Instagram, in welches Land wir uns begeben. Ich hatte auch verschiedene Cold Cases, die ich gerne zeitnah machen wollte. Und uns wird es heute nach Panama verschlagen. Also, wir bleiben quasi in der Region des letzten Falles. Panama grenzt ja direkt an Kolumbien an. Also, Kolumbien bildet die nördliche Spitze Südamerikas und Panama ist dann der erste Teil dieses länglichen Landkorridors, der von Südamerika Richtung Mexiko, Richtung Nordamerika hochgeht. Also, wenn man den amerikanischen Kontinent so vor Augen hat, dann hat man ja diese große Landmasse im Norden, Kanada, USA, Mexiko und man hat Südamerika unten. Und das wird ja verbunden durch so eine schmale Landbrücke, sage ich mal, wo dann so Länder sind wie Panama, Honduras, Belize, Costa Rica. Traumhafte Urlaubsregionen übrigens, aus Erfahrung. Das dachten auch die Protagonistinnen des heutigen Falles. Ich habe dir Fotos geschickt von den beiden Damen, um die es gehen wird. Ja, habe ich gerade vor mir. Das sind zwei Studentinnen aus Holland, Chris Kremers und Lisanne Frohn. Ich hoffe, ich spreche den Namen der zweiten Dame richtig aus. Chris Kremers ist die rothaarige junge Frau auf den Bildern. Sie ist 21, Lisanne Frohn, 22, die dunkelhaarige Dame auf den Bildern. Sie stammen aus Utrecht, einer kleinen Stadt in Holland, die auch eine Universität besitzt und beide sind auch Studentinnen an dieser Universität in Utrecht. Chris Kremers hat ihr Soziologiestudium beendet und sich im kommenden Semester in Kunstgeschichte eingeschrieben. Sie gilt als extrovertiert, kreativ und neugierig. Und Lisanne Frohn, das dunkelhaarige junge Mädchen oder die junge Dame, hat Psychologie studiert. Sie ist so ein bisschen der Counterpart, also ähnlich wie bei den Damen oder bei den Mädels aus Schatten, aus unserer Snapchat-Folge, wo wir eine sehr extrovertierte und eine eher introvertierte hatten, ist sie halt die ruhige, nachdenkliche, introvertierte, leidenschaftliche Volleyballspielerin mit ihren 1,84 Meter Körpergröße. Auch eher groß für eine Frau, sehr sportlich, aber eben eher der zurückhaltende Typ. Verstehe. Die beiden kennen sich durch ihre Arbeit in einem Café neben dem Studium, sind schnell beste Freundinnen geworden, wohnten im gleichen Wohnheim und zogen dann zusammen. Also quasi so ein bisschen wie wir, man lernt sich an der Uni kennen, freundet sich schnell an, zieht zusammen, also Parallelen auf jeden Fall da. Du so eher der extrovertierte Typ, ich eher so der introvertierte, nachdenkliche. Mal so, mal so. Chris Kremers war schon immer Feuer und Flamme für Südamerika, sie hat immer schon gerne gereist, sie war einige Jahre zuvor in Peru mit ihrer Familie und hat sich dann da in diese südamerikanische, lateinamerikanische Kultur und auch Landschaft verliebt und ihre Mitbewohnerin und beste Freundin Lisanne schnell damit angesteckt. Die wiederum hat noch nicht so viel von der Welt gesehen, sie war bisher nur in Bayern mit ihrer Familie, also das war so das Höchste der Gefühle, Süddeutschland zu bereisen. Kennt man ja dann diese holländischen Wohnwagenkarawanen, die im Sommer immer unterwegs sind. Ja, schon mal gesehen. Ja, sie beziehungsweise ihre Familie waren wohl Teil davon. Aber sie lässt sich dann von dieser Reiselust von Chris anstecken und die beiden planen, gemeinsam eben nach Panama zu fliegen. Sie wollen Backpacking betreiben, also so zwei Wochen Urlaub machen, Backpacking, Partys, Strandurlaub und dann noch mehrere Wochen in Buketti, einer kleinen Stadt, an einer Schule arbeiten. Da haben sie auch vorher schon Vorarbeit geleistet. Sie haben sich mit der Schule in Verbindung gesetzt von Holland aus, haben diese freiwillige Arbeit abgeklärt, haben in Holland Spenden gesammelt im Freundeskreis, um für die Schüler kleine Geschenke zu kaufen. Und primär möchten sie da was Gutes tun mit den Kindern arbeiten, aber auch ihre Spanischkenntnisse aufpolieren. Sie haben auch eine Gastfamilie organisiert, also ein cooler Trip. Ja, auf jeden Fall, das klingt richtig cool. Ja, also ich glaube, das waren auch so Damen, so wie man das liest, die hatten einfach auch Bock, was zu bewegen. Ich glaube, die wollten wirklich was Gutes auch tun, diese Arbeit mit Schulkindern. Und ich glaube, so kulturelle Interaktion, also in einem fremden Land mit Schulkindern aus einer anderen Kultur arbeiten, also dieses gegenseitige Kennenlernen von Kulturen und Herkünften, ich glaube, das bereichert einfach Menschen unheimlich, wenn man früh in Berührung kommt mit Menschen mit anderem Hintergrund, die dir was aus ihrer Welt erzählen, wenn du verstehst, was ich meine. Hundertprozentig. Ich glaube auch, dass es extrem wichtig für die Persönlichkeit eines Menschen ist, weltoffen zu sein. Und halt darüber hinaus auch die Welt kennenzulernen oder Kulturen kennenzulernen. Also ich glaube, alles, was ihnen in Bereicherung ist und dann den Horizont erweitert, das kann einfach nur von Vorteil sein. Absolut. Da gehe ich vollkommen mit. So machen sich die beiden dann am 15.03.2014 auf den Weg von Amsterdam nach Panama in die Region Bocas del Toro, in Panama eben, wie gesagt. Und wie geplant verbringen sie die erste Zeit dort mit dem klassischen Backpacking. Sie erkunden das Land, sie ziehen von Strand zu Strand, sie sind auf Partys, sie lernen Leute kennen, andere Touristen kennen und haben einfach so die Art von guter Zeit, die man in dem Alter einfach hat auf so einem Trip. Wie gesagt, ist diese Arbeit an der Schule in Bocchetti schon vororganisiert gewesen. Sie kommen dann Ende März dort an bei ihrer Gastfamilie, erreichen die Schule. Dort wird ihnen allerdings gesagt, dass sie bis zur nächsten Woche warten müssen. Sie sind zu früh oder es gab da irgendwelche Probleme in der Terminabsprache. Sie können noch nicht anfangen, sie müssen eine Woche warten. Finde ich tatsächlich ein wenig seltsam. Ich denke, so zwei freiwillige Helfer, die wahrscheinlich auch unentgeltlich arbeiten, die kriegt man eigentlich immer irgendwo unter. Aber in diesem... Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also ich finde es total seltsam. Oder also ich habe das, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Das hat mit der Story an sich nichts zu tun. Aber ich fand es einfach komisch, dass man da so unflexibel war. Da kommen Leute so über die, um die halbe Welt geflogen. Und weil die ein paar Tage zu früh da sind, lässt man sie erst mal warten. Wobei du auch nicht weißt, was die im Vorfeld vereinbart haben. Also zum einen, also denke ich mir, so diese südländische Pünktlichkeit, plus minus ein paar Tage Mentalität, könnte ja vielleicht so ein Faktor sein. Und auf der anderen Seite, weißt du ja auch nicht, also das ist ja das Projekt der Mädels gewesen. Ist ein cooles Reisekonzept, keine Frage. Aber du weißt ja nicht, inwieweit die was mit den anderen auch vereinbart haben, beziehungsweise anders gesprochen. Ob die andere Seite jetzt aus Buketti eben auch so d'accord war mit dem Vorhaben. Safe waren die das. Also es ist relativ häufig, dass man, es gibt auch Projekte in Afrika, es gibt viele Projekte in Südamerika, die eben so Reisende dann aufnehmen und für bestimmte Zeit im Unterricht einsetzen oder für andere Kleinigkeiten. Also dieses Konzept von Work and Travel und auch an Schulen arbeiten ist relativ verbreitet und das wird mit denen auch ganz klar abgesprochen gewesen sein. Und wie gesagt, da hätte man sicherlich irgendwas gefunden, um die noch zu beschäftigen. Aber das ist auch, wie gesagt, egal. Ich fand es einfach nur erwähnenswert und komisch. Unterm Strich, die beiden müssen knapp eine Woche warten und haben jetzt auf einmal sehr viel Freizeit zur Verfügung, die nicht eingeplant war. Aber Lisanne ist davon ziemlich enttäuscht. Ich glaube, sie war so jemand, die einfach Dinge gerne sehr klar durchgeplant hat und so Rückschläge einfach schwierig fand. Hat dann auch ihrer Familie geschrieben, dass sie sehr enttäuscht ist durch diese terminliche Verschiebung. Aber die Gastmutter, bei der sie untergekommen sind in Buketti, kann sie quasi dazu bewegen, diese Zeit noch zu nutzen, die Gegend besser kennenzulernen. Und sie schlägt ihnen diverse Aktivitäten vor, die man dort abhalten kann, also die man da starten kann. Am 1.4. nehmen die beiden ein Taxi zum sogenannten El Pianista Trail. Das ist ein Weg, der über 8 Kilometer erst durch Felder und dann immer mehr ansteigend durch leichte Gebirgslagen und durch den sogenannten Nebelwald, ein Urwaldstück, bis hin zu einer Aussichtsstelle führt. El Mirador, von der aus man bei gutem Wetter beide Ozeane sehen kann, die das Land, also die an Panama angrenzen. Also es muss ein wunderschöner Ausblick sein. Ein Foto liegt dir vor, das habe ich dir geschickt, das ist bei El Mirador aufgenommen, das ist da, wo die beiden auch offenkundig auf so einer Bergspitze stehen. Das ist das Zweite, was ich dir geschickt habe. Also das Erste war so ein Strandbild aus Panama, aus dieser Backpacking-Zeit, wo sie unterwegs waren. Und das Zweite ist auf diesem El Mirador. Ja, sehr cool. Total schöne Aussicht, man sieht nicht den Ozean im Hintergrund, allerdings Gebirge. Ja, also das ist im Prinzip so, wie man sich das vorstellt. Die sind relativ weit oben, sind mit Rucksäcken unterwegs, offensichtlich auch so ein bisschen geschlaucht. Die haben wahrscheinlich den längeren Spazier- oder Wanderweg hinter sich. Aber das sieht auf jeden Fall nach einer wunderbaren Zeit aus. Ja, acht Kilometer ist ja generell schon eine ordentliche Strecke. Also jetzt hier so im urbanen Bereich, also im Dorf- oder Stadtumfeld würde man sagen, das ist so mit gemütlichem Gehtempo so eineinviertelstunden, eineinhalb Stunden in etwa. Aber wir sprechen ja hier wirklich von Feld und später auch Urwald. Das ist ja schon auch eine andere Nummer. Da ziehen sich so acht Kilometer doch nochmal deutlich anders. Hatten die irgendwie so einen Guide? Also ich finde, so gerade durch den Urwald durch ist ja schon... Ist ja nicht ohne, ne? Wenn man sich so gar nicht auskennt. Sie hatten keinen Guide. Sie hatten für den nächsten Tag einen Guide organisiert für andere Aktivitäten rund um Bucchetti. Der El Pianista Trail gilt als relativ Touristen- und Wanderfreundlich. Also da braucht man nicht unbedingt einen Guide. Der ist gut ausgeschildert und El Mirador bildet auch so den Endpunkt. Also man kann da im Prinzip, geht der Trail da nicht weiter. Man muss also quasi umkehren und zurückgehen. Das ist so ein bisschen narrensichere Sache eigentlich. Okay. Sie hatten aber etwas anderes. Sie wurden begleitet von Blue. Blue ist der Hund, der den Besitzern eines Restaurants am Fuße von El Pianista gehört. Und Blue begleitet einfach unheimlich gerne Touristen. Also das ist offensichtlich gang und gäbe, dass da Leute kurz in diesem Restaurant Rast machen, was essen, was trinken, diesen El Pianista hochwandern und wieder zurückkommen. Und Blue hat es sich irgendwann angewöhnt, die Touristen mit hoch zu El Mirador zu begleiten und dann wieder zurückzukommen mit ihnen. Und das war dann auch für die Besitzer vollkommen okay, weil der Hund irgendwie immer wieder zurückkam und die Touristen fanden es, glaube ich, auch ganz cool. Und Blue kehrt an diesem Abend allerdings alleine zurück zu seinen Besitzern. Und das finden die erstmal komisch. Allerdings kennen die diese Mädels natürlich nicht. Also die konnten jetzt nicht einschätzen, ob sie sich Sorgen machen müssen. Aber das ist erstmal schon mal so eine erste komische Begegnung, dass der Hund alleine nach Hause kommt. Und sie hatten eigentlich den Eindruck durchaus, dass die einfach wieder zurückwandern würden, und dass sie den Hund auch abliefern würden. Sie sagen der Gastfamilie Bescheid in Buketti. Und die suchen auch so ein bisschen nach den beiden Damen, weil sie die auch eigentlich nicht so erlebt haben, dass die einfach von so einer Reise oder von so einem Ausflug nicht zurückkommen, sondern eher so sich an Absprachen halten. Und sie hatten halt gesagt, wir wandern hoch, wandern wieder runter und sind abends wieder zurück. Und deswegen sucht die Gastfamilie so ein bisschen nach denen, aber noch nicht im großen Stil, weil, naja, gut, die sind jetzt halt ein paar Stunden verschwunden und es muss ja nicht unbedingt was Schlimmes passiert sein. Am 2.4., also am Morgen des nächsten Tages, sind die beiden allerdings noch immer verschwunden. Und Tourguide F, also ich kann leider, konnte ich keinen Namen dieses Herren rausfinden, er wird immer nur F genannt. Tourguide F, der einen Termin mit den beiden hatte, erscheint bei der Gastfamilie und erklärt, dass er einen Termin hat, dass er irritiert ist, dass die beiden nicht da sind, dass er sich Sorgen macht und bittet, im Zimmer der jungen Frauen nach Hinweisen suchen zu dürfen, wo sie sich aufhalten könnten. Finde ich persönlich auch ein bisschen strange. Also, wenn ich mich da reinversetze, wenn ich irgendwie Tourguide wäre oder Touristenführer, was auch immer, und mein Appointment würde mich versetzen, dann würde ich wahrscheinlich nicht nachforschen. Ich würde mir denken, was für Arschgeigen und da nicht großartig drauf eingehen. Aber ganz bestimmt nicht würde ich deren Zimmer durchsuchen, nach Hinweisen, wo die möglicherweise sein konnten. Das finde ich sehr übergriffig fast schon. Das ist übergriffig. Ich meine, es ist immer so eine Frage, was die vielleicht vereinbart haben, aber nee, das macht man eigentlich nicht. Ja, zumal sie diesen Mann ja nicht kannten. Also, der ist halt einfach im Vorfeld als Tourguide engagiert worden, aber das ist jetzt niemand, der irgendwie eine persönliche Beziehung gehabt hätte. Wenn das jetzt ein, weiß ich nicht, ein Freund wäre, der dort einfach lebt und mit dem eine Absprache getroffen würde, dann hätte ich das irgendwie nachvollziehbar gefunden. So dann erst mal komisch. Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie vielleicht im Vorfeld über irgendwelche Strecken gesprochen haben, vielleicht über diesen El Pianista Trail und dass der vielleicht aus irgendeinem Grund sich überlegt hat, dass er die dort finden kann. Aber weißt du, wo er da irgendwie auf dem halben Weg irgendwie abfangen kann oder weiß ich nicht was. Aber ich finde halt, das würdest du halt auch nicht unbedingt machen. Also, der Job ist dann sozusagen dann passé. Also, der Auftrag ist vom Tisch in dem Moment und fertig. Ja, also es muss erst mal auch nichts heißen. Es gibt tausend mögliche Erklärungen für seine Verhalten, aber ich, wie gesagt, fand es erwähnenswert und ich bin da auch immer wieder so ein bisschen drüber gestolpert, weil ich dachte, ich hätte anders gehandelt. Und die Gastfamilie hat ihn aber auch reingelassen? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es da längere Diskussionen gab, aber die haben ihn reingelassen, ja. Auch die Familien in Holland machen sich langsam Sorgen. Die beiden hatten sich immer gemeldet bei ihren Eltern. Das ist jetzt schon seit zwei Tagen ausgeblieben. Und weil sie halt so zuverlässig waren und auch so regelmäßig den Kontakt nach Hause gesucht haben, herrscht da jetzt so ein bisschen Sorge, zumal auch die SMS der Eltern an ihre Töchter ohne Antwort bleiben. Jetzt muss ich ganz kurz noch was fragen zu diesem Bild auf dem El Mirador. Ja. Haben die das dann irgendwie live geschickt, per WhatsApp rübergeschickt oder per Instagram? Das muss ja dann wirklich von diesem Ausflug sein direkt, ne? Von diesem Ausflug, dazu kommen wir nachher noch. Ach so, okay. Es gibt hier so ein bisschen Parallelen zum Fallschatten. Ich merke es schon. Ja. Aber das ist natürlich auch unserer Zeit geschuldet, ne? Also wir sind heute viel digitaler, wir sind viel näher dran an manchen Sachen, dadurch, dass es einfach Kameras gibt und also Kameras auch in Handys, dass man immer präsent diese Medien bei sich hat. Ja. Okay, wie gesagt, Status Quo. Die Familien in Holland sind also in Sorge, weil sie zwei Tage nichts gehört haben. Das passt nicht zum bisherigen Verhalten der Töchter und die SMS der Eltern, die nachfragen, wie es ihnen denn geht, bleiben ohne Antwort. Am 3.4. beginnen die offiziellen Suchmaßnahmen der panamaischen Behörden, allerdings auch erst mal ohne irgendwelche Erfolge. Also da wurde dann auch zwischenzeitlich mit Hubschraubern gesucht und die Behörden in Zusammenarbeit mit Freiwilligen durchkämmen diesen Nebelwald, primär also diesen Urwald rund um El Mirador. Am 6.4. landen die Eltern der beiden jungen Frauen in Panama. Sie werden begleitet von Spezialisten der holländischen Polizei, die mit Spürhunden unterwegs sind. Also offensichtlich hatten die Eltern oder auch die holländischen Behörden nicht das allergrößte Vertrauen in die panamaischen Behörden und haben sich dann an die holländischen Behörden gewandt und die sind dann auch mit Spezialisten mitgekommen nach Panama mit speziellen Suchrunden. Aber das finde ich ein bisschen krass. Das kommt aber relativ häufig vor. Echt, dass die deutsche Polizei einfach so losfliegt in solchen Fällen? Da muss doch ein hohes Tier sein oder so, oder? Ja, also in vermissten Fällen oder auch Mordfällen, die in Ländern passieren, wo, wie soll ich sagen, wo durchaus in Frage gestellt werden kann, wie gut dort die Ermittlungsarbeit vonstatten geht. Kommt das schon mal vor? Also es wird teilweise auch, wenn meinetwegen deutsche Staatsbürger im Ausland ermordet werden, kann die deutsche Polizei dort auch ermitteln. Das muss allerdings über so ein Amtshilfegesuch, also die jeweilige Polizei des Landes muss das genehmigen. Aber es kann vorkommen, es ist kein Einzelfall. Okay, nur wissen wir alle, dass wir in einem relativen Bürokratie-Staat leben und dass es dann so schnell geht innerhalb von vier Tagen bei zwei erwachsenen Frauen. Wir haben ja mal über dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht und sowas gesprochen. Finde ich dann jetzt irgendwie schon überraschend. Ja, ich weiß nicht, wie da die Prozeduren in Holland sind. Ich finde es auch tatsächlich relativ überraschend. Generell tatsächlich auch das Entsenden von Spezialisten. Nur fünf Tage später, da hätte man vielleicht an anderer Stelle noch gesagt, lasst erst mal die einheimischen Behörden suchen. Aber in diesem Fall war es halt so. Mir ist nicht bekannt, ob eine der Eltern irgendwie, keine Ahnung, eine prominente Stellung hatte oder irgendwelche einflussreichen Leute waren oder sonst irgendwas. Also ich glaube nicht. Ja, aber auf jeden Fall gut, beruhigend auch für die Eltern. Und ich finde es ja grundsätzlich auch richtig. Also das ist schon, finde ich gut, dass die Eltern sich dann so schnell in Bewegung gesetzt haben, dass sie halt direkt auch mit ordentlicher Unterstützung dort aufgetreten sind. Genau. Offensichtlich wurden zwei verschiedene Arten von Spürhunden eingesetzt bei dieser Suche von der holländischen Polizei. Es gibt zwei verschiedene Unterscheidungen unter Spürhunden. Es gibt die sogenannten Man-Trailer. Das kennen wir alle. Das sind die, die einer konkreten Duftspur folgen. Also die dann ein Duft-Sample von meinetwegen jetzt diesen beiden Mädchen bekommen und dem dann folgen. Und es gibt sogenannte Flächensuchhunde, die in einem bestimmten Gebiet nach Menschen suchen, die, wie soll ich sagen, in einer für ein Opfer charakteristischen Körperhaltung unterwegs sind. Also die meinetwegen irgendwo liegen, kriechen, zusammengekrümmt, irgendwo in der Ecke liegen. Also sowas. Die würden jetzt nicht anschlagen, wenn du dort wandern gehst. Aber wenn jetzt ein Mensch durchs Unterholz kriecht, dann würden die daraufhin anschlagen. Krass. Okay. Die wurden, oder diese Art von Hundeausbildung, wurde während der beiden Weltkriegen das erste Mal implementiert, um eben auf Schlachtfeldern verletzte Soldaten bergen zu können. Wahnsinn, dass Hunde so ausbildbar sind. Das finde ich schon irgendwie echt bemerkenswert. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Generell Tiere, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, die amerikanische Marine setzt Delfine ein als Unterwasser-Minen-Sucher. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist absoluter Wahnsinn. Total. Aber auch diese Suche bleibt ohne Erfolg. Also zehn Tage lang suchen die Eltern mithilfe dieser holländischen Spezialisten diesen Nebelwald ab um El Mirador. Es gibt keine Spur, keinerlei Hinweise, nichts. Also selbst die Hunde finden keine Spur. Nun muss man natürlich dazu sagen, wie gesagt, diese Flächensuchhunde, die schlagen auf Menschen an, die in diesem konkreten Bereich irgendwie sich in diesem spezifischen Verhalten zeigen. Und Mantrailer sind eben auf eine Spur angewiesen. Und natürlich ist das je nach Beschaffenheit der Umgebung. Wenn dort viel Niederschlag herrscht oder die Wetterbedingungen ungünstig sind, dann verliert so eine Spur sich natürlich unter Umständen schneller. Also wir wissen nicht so richtig, ich bin kein Experte, wie sich so eine Duftspur in diesem subtropischen Klima hält. Aber diese Flächensuchhunde müssen ja auf jeden Fall doch auch irgendwie erstmal nach Duftspuren suchen, oder? Oder haben die jetzt wirklich, nehmen die jetzt nur rein visuell wahr? Ich glaube, da geht es um visuelle Wahrnehmung, aber auch um bestimmte charakteristische Töne. Also, ja, okay. Also die suchen nicht nach einer konkreten Duftspur. Ja, okay. Dann könnte ich mir fast vorstellen, dass in so einem, ich nenne es mal Unterholz teilweise im Dschungel und so, so eine Kombination doch eigentlich sehr sinnvoll gewesen wäre. Also, sowohl nach menschlichen Duftstoffen zu suchen, als eben auch nach diesen Tönen und Bewegungsmustern. Ja, und weil, also ne, man muss ja jetzt quasi, bevor man die Nadel im Heuhaufen findet, muss man vielleicht erstmal einen Heuhaufen suchen. Genau, und deswegen, wie gesagt, gibt es halt diese Information, dass diese Spezialisten vermutlich beide Arten von Hunden dabei hatten. Okay. aber dieser Einsatz ist dann halt auch ohne Erfolg zehn Tage lang, wie gesagt, die Suche. Ich denke, wenn man zehn Tage so ein Waldgebiet absucht, mithilfe der einheimischen Behörden, auch mithilfe von Freiwilligen, mit Spezialisten, mit Hunden und einfach keinerlei Spur sich zeigt, dann ist das schon, das ist bestimmt sehr niederschmetternd für die Eltern gewesen. Ja, total schrecklich. Also, ein fremdes Land, so komplett woanders und man kann sich ja alles mögliche vorstellen. Also gerade bei so einer Naturtour, weiß ich auch nicht, ob es da nicht irgendwelche Schluchten dann doch gibt oder keine Ahnung was, wo einfach auch ein Unfall geschehen könnte. Ja, ich schicke voraus, du weißt ja, es handelt sich um ein Cold Case heute. Die panamäischen Behörden haben das Ganze in Retrospektive dann als Unfall gewertet. Ich bin aber sicher, dass da ein Verbrechen geschehen ist und ich werde dir auch erklären wieso. Also ich werde dir das dann im Laufe der Fakten auch näher bringen. Okay. Zehn Wochen nach dem Verschwinden der beiden findet die Angehörige oder eine Angehörige eines lokalen Stammes Nähe der Ortschaft Alto Romero einen schwarzen Rucksack. Der steht am Rande eines Maisfeldes und sie ist absolut sicher, dass er am Vortag noch nicht da gewesen ist. Diese Ortschaft ist auch eher schwer zugänglich. Also auch jetzt nichts, wo man so als Wanderer mal eben so vorbeikommt, sondern man muss es eigentlich kennen, um dort hinzukommen. Und diese Ortschaft liegt auch nicht auf dem Weg beim Pianister Trail? Nee, sie ist ein ganzes Stück weg, ja. Ganzes Stück weg, okay. Diese Dame, die diesen Rucksack findet, gibt den dann geistesgegenwärtig bei den Behörden ab und es stellt sich schnell raus, dass es der Rucksack von Lisanne ist. Also zehn Wochen nach dem Verschwinden der Mädchen. Er ist sauber, trocken und absolut intakt, was ja nun nicht dafür spricht, dass er zehn Wochen irgendwo im Urwald gelegen hat. Nee, überhaupt nicht. In ihm findet die Polizei zwei gefaltete BHs, zwei Sonnenbrillen, eine Wasserflasche, einen Pass, also den Pass von Lisanne, ihre Krankenversicherungskarte, 83 Dollar, sowie die beiden Handys der Damen und eine Kamera. Die sind allerdings, also Handys und Kamera sind aus, sind ohne Strom, können erstmal noch nicht ausgewertet werden, aber sie sind halt in diesem Rucksack. Aber an für sich, mal abgesehen von beiden Handys, wobei nicht ganz, man muss jetzt mal sagen, also mich wundert es jetzt gerade, dass beide Handys in dem Rucksack von Lisanne drin sind, was ich jetzt erstmal für sehr unnormal gehalten habe, weil man hat ja eigentlich sein Handy bei sich selbst. Dann habe ich aber meinen Gedanken schon wieder verworfen, weil mir nämlich bei Betrachtung dieses Fotos doch aufgefallen ist, dass die Chris da einen schwarzen Rucksack trägt und Lisanne keinen Rucksack. Also könnte ich mir vorstellen, dass die sich den Rucksack einfach geteilt haben und deswegen auch zwei BHs und zwei Handys und wenn alles gefaltet ist, dann schreit das für mich eigentlich danach, dass die noch quasi, der Inhalt quasi so darin liegt, wie er befüllt wurde. Ja, genau. Also ich denke auch, dass da ein Rucksack geteilt wurde, das macht ja auch Sinn, wenn man mit relativ leichtem Gepäck reist, dass man sich da abwechselt und für mich deutet auch diese Auffinde-Situation das Geld, die gefalteten BHs, darauf hin, dass der wahrscheinlich genauso befüllt wurde. Es gibt Fingerabdrücke, DNA-Spuren und verschiedene Erde auf dem Rucksack. Also wir wissen ja, oder du weißt es höchstwahrscheinlich, denke ich, dass man durchaus auch solche Sachen wie Erdproben einer gewissen Region zuordnen kann. Also wenn ich jetzt irgendwo Erde finde und ich habe Vergleichsproben, kann ich das genau zuordnen. Diese Spuren werden allerdings nicht ausgewertet und nicht verfolgt, weil die Behörden zwar ein Verbrechen für möglich halten, aber am ehesten von einem Unfall ausgehen, also da jetzt dann keine aufwendigen Untersuchungen anstellen. Also all diese Spuren, die da vorhanden sind, fallen quasi erstmal weg. Okay, aber hat man dann die Spuren gesichert? Nein. Also sie waren da, man hat das irgendwie katalogisiert, dass es dort diese Spuren gab, hat die aber nicht gesichert und auch nicht weiter ausgewertet. Dann folgt die Auswertung der Handys, also man kann diese Handys dann irgendwie wieder nutzbar machen, irgendwelche Spezialisten können sie auswerten. Fotos auf den Handys zeigen das Erreichen von El Mirador. Also diese Fotos, die wir gesehen haben, die sind auch auf der Kamera teilweise zu finden gewesen, also es wurden dort Fotos gemacht, scheinbar mit den Handys, aber auch mit der Kamera und auf beiden finden sich quasi die Dokumentation dieser Reise dorthin, primär auf der Kamera, dazu kommen wir später. Die Handys zeigen allerdings noch etwas anderes. Zwei Stunden nach Erreichen von El Mirador wurde das erste Mal versucht, von Chris Kremers Handy aus einen Notruf abzusetzen. Der ging allerdings nicht durch, beziehungsweise fand keine Verbindung, weil sie vermutlich in Hektik oder Panik oder weil sie das so gewohnt war, die niederländische Notrufnummer 112 gewählt hat, das natürlich dann in Panama sinnlos ist. Und tatsächlich wird das in den nächsten Tagen ein ständiges, ein roter Faden sein, dass man immer wieder versucht oder immer wieder versucht wird, von einem der beiden Handys einen Notruf abzusetzen. mehrere Male von Chris Kremers Handy, aber auch sieben Mal von Lisan Frohns Handy. Und die gehen aber nie durch, weil sie offensichtlich niemals Signal hatten. Also kein Empfang. Kein Empfang, genau. Aber dann haben sie versucht, die richtige Nummer zu wählen. Genau. Also es wurde mehrfach die 112 gewählt von beiden, also die holländische Notrufnummer, dann aber auch mehrfach die richtige Nummer. Ja, verstehe. Oh, voll unheimlich alles hier. Aber wie gesagt, es ist niemals eine Verbindung zustande gekommen. Okay, wie lange haben sie es probiert? Sechs Tage lang? Die letzte Handyaktivität mit Chris Kremers Handy war am 11. April, also zehn Tage nach dem Verschwinden. Das ist aber noch eine andere Geschichte. Also der letzte versuchte Notruf war am 3. April. Drei Tage lang wurde es immer wieder versucht. Ja, okay. Lisannes Handy ist dann allerdings auch ab dem 4. April offensichtlich inaktiv gewesen. Also da scheint die Batterie leer gewesen zu sein. Sodass dann nur noch Chris Kremers Handy ab dem 4. April aktiv war. Und sie hat das offensichtlich immer wieder aus- und wieder eingeschaltet. Also vielleicht um Akku zu sparen, ich weiß es nicht. Ab dem 5. April, ab mittags des 5. Aprils allerdings passiert etwas komisches. Ihr Handy wird am 5.6. und 11. April insgesamt fünfmal eingeschaltet. Allerdings wird nie der korrekte PIN eingegeben. Also das Handy wird niemals quasi benutzbar gemacht. Am 11. April wird es dann nicht mehr eingeschaltet. Als es gefunden wird, sind noch 22% des Akkus vorhanden. Also es ist auszuschließen, dass es leer gegangen ist. Okay. Diese Tatsache, dass ab dem 5. April immer wieder Chris Kremers Handy angemacht wurde, allerdings immer die falsche PIN eingegeben wurde, deutet ja darauf hin, dass das jemand anders offensichtlich versucht hat, dieses Handy anzumachen. Da könnte es die Theorie geben, dass das entweder jemand war, der mit denen unterwegs war oder der sie gefangen hielt oder dass Lisanne das Handy ihrer Freundin benutzen wollte, um Hilfe zu rufen, aber ihren PIN nicht kannte, was ich durchaus wahrscheinlich finde. Ja. Ja, oder andererseits, dass dem beiden es schon so schlecht ging, dass sie einfach ihren PIN vergessen hat. Ja. Also wir wissen ja nicht, was da los war. Also ich kann mir das in so einer Stresssituation vielleicht sogar vorstellen. Ja, es gibt Theorien, die besagen, dass Chris da vielleicht schon schwer verletzt, vielleicht sogar tot war und Lisanne einfach dann mit ihrem Handy, weil ihr eigenes Handy keinen Akku mehr hatte, dann mit dem iPhone von Chris irgendwie versucht hat, Hilfe zu holen. Da gibt es auch etwas, was darauf hindeutet, jetzt muss ich dir wiederum noch zwei Fotos schicken, die du dann gleich ansehen kannst, die ich dir eben bewusst nicht geschickt habe, aber die noch eine Rolle spielen werden. Ich bin natürlich sehr gespannt. Ja. Aber wie gesagt, das war jetzt erstmal alles, was die Auswertung dieser Handys ergeben hat. Mehr ist da nicht zustande gekommen. Ja. Es gab auch keine weiteren Fotos mehr. Also es gab irgendwie einzelne Schnappschüsse am El Mirador, aber es gab danach nichts mehr. Es gab keine Sprachmemos, keine Notizmemos, keine SMS, die geschrieben wurden oder ähnliches. Und das ist dann auch wieder komisch. Also man würde ja vielleicht davon ausgehen, wenn man sich da irgendwie verläuft, wenn man Hilfe sucht, wenn man versucht, Notrufe abzusetzen, dass man vielleicht auch versucht, Nachrichten zu schreiben. Aber das ist nicht passiert. Aber das ist doch wirklich komisch. Da hast du vollkommen recht. Man würde doch wirklich eine Nachricht nach Deutschland schreiben. Eine SMS-Notfass. Also das, oder eine E-Mail. Also gesetzt, man weiß ja nicht, was sie für einen Empfang dort hatten. Also irgendwo im Dschungel, kann ich mir vorstellen, das ist vielleicht schwierig. Aber also irgendein Hilferuf, das ist ja das Zweite, was du machst. Du hast das Erste, wenn du jetzt irgendwie einen Notruf sendest und wenn du dort keinen erreichen würdest, dann würde ich persönlich gucken, dass ich dann irgendwelche Leute im näheren Umfeld kontaktieren würde. Was ja, oder? Ich würde, denke ich, auch eine SMS an diese Gastfamilie schicken, auch wenn ich kein Netz in dem Moment habe, in der Hoffnung, dass, wenn ich weitergehe, irgendwann ein Empfang da ist und diese SMS rausgeht. Also ich hätte auf jeden Fall versucht zu schreiben, denke ich. Ja, und wenn du jetzt wirklich drei, vier Tage verschollen wärst, dann würdest du aber auch nach Deutschland eine Nachricht schreiben. Also Holland in dem Fall. Ja, genau. Und das, also, das denke ich auf jeden Fall. Also, ja. Ja, also ich glaube auch, wenn man, wenn man sich verlau... Oder man kennt das aus anderen Fällen, dass Leute sich verlaufen haben in der Natur, dass die in irgendwelche schlimmen Situationen gekommen sind und befürchten mussten, dass sie nicht mehr nach Hause kommen und dass dann irgendwelche Nachrichten für ihre Familien aufgenommen oder hinterlassen wurden, weil sie halt einfach befürchten mussten, ich werde nicht mehr ankommen, ich will aber noch irgendwas hinterlassen. Ja, sowas in der Art. All das, wie gesagt, ist hier nicht passiert. Die Auswertung der Kamera beginnt daraufhin. Ja. Und sie zeigt auch Fotos der Wanderung. Die beiden sind offensichtlich sehr, sehr guter Laune auf diesem El Pianista bis hin zu El Mirador. Fotos zeigen die komplette Wanderung bis dorthin. Also man kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Fotos zeigen allerdings dann auch eine Wanderung über El Mirador hinaus. Also die beiden sind dann scheinbar weitergegangen, tiefer in den Dschungel hinein. Und dieser Trail wird eigentlich nur von Einheimischen benutzt. Also es ist eigentlich so gar nichts, was Touristen benutzen. Und das finden die Eltern der beiden sehr, sehr komisch, weil das offensichtlich zwei junge Frauen waren, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt waren, dass sie irgendwelche waghalsigen Entdeckertouren durchgezogen hätten. Also sie waren eher so ein bisschen vorsichtiger. Allerdings führt dieser Trail, dieser einheimischen Trail von El Mirador aus zu einem kleinen Wasserfall im Dschungel. Und die Behörden denken jetzt, dass das vielleicht deren Ziel gewesen sein konnte. Vielleicht hat ihnen jemand davon erzählt, dass es dort diesen Wasserfall gibt. Vielleicht war doch noch jemand mit ihnen unterwegs oder sie haben jemanden getroffen und sie wollten dann dahin. Das ist ja auch was, ich meine, das ist ja wirklich schön, wenn man sich das überlegt, so eine Dschungelatmosphäre, dann so eine Wasserfall, so ein kleiner See vielleicht, wo man vielleicht noch ein bisschen baden kann nach so einem schweißtreibenden Aufstieg. Also ich würde mir das auf jeden Fall auch angucken. Ich hätte diesen Umweg in Kauf genommen, definitiv. Ja, und das passt auf jeden Fall auch so in dieses Abenteuerbild, das man einfach auf solchen Reisen erlebt oder generell auf Reisen erlebt. Also ich meine, das Schönste ist es ja einfach immer, durch einen Einheimischen die Gegend kennenzulernen. Und für mich schreit das absolut danach, dass sie dort jemanden kennengelernt haben, der ihr davon erzählt hat, ihnen. Ja, und ich denke auch, dass diese eigentliche Charakterzeichnung der beiden, also dass die eher vorsichtig waren und sich eher so auf diesem Trail gehalten hätten, und ich glaube, wenn man in dieser Urlaubseuphorie ist, man hat da diesen geilen Aussichtspunkt, man hat schöne Fotos gemacht und man erfährt dann, ey, da ist noch ein Wasserfall im Dschungel, so ein richtiges kleines Juwel. Ich glaube, man lässt sich dann in solchen Situationen auch eher treiben und tut Dinge, die man vielleicht im Alltag nicht unbedingt tun würde. Das glaube ich auch. Wahrscheinlich haben sie grob kalkuliert, wie lange sie hingebraucht haben und dann rückweg irgendwie grob hochgerechnet und sich gedacht, okay, den Umweg können wir noch in Kauf nehmen. Aber dass diese Person und diese mögliche Person nicht auf irgendwelchen Bildern zu sehen ist, könnte dann danach schreien, dass sie die Person erst später getroffen haben. Ja. Weißt du? Also, weil ich glaube, wenn das jemand ist, den du auf halber Strecke kennenlernst, dann hältst du das einfach mit Fotos fest. Wenn man sich gut versteht, man sieht dann irgendwie andere Spaziergänger, Wanderer, was weiß ich, Backpacker, dann wird sie, glaube ich, dich kurz schließen, dann macht man ein Selfie zusammen oder sowas als Erinnerung. Auch dazu kommen wir nachher noch. Okay. Eine Frage bei diesem dritten Bild, da geht ja die Chris auf so einen kleinen Fluss, nicht Fluss, so einen kleinen Bach, der in die Felsen runterfließt, zu, das ist aber jetzt nicht das Ziel, wovon du gerade gesprochen hast, oder? Das ist auf jeden Fall eins der Fotos, die nach El Mirador aufgenommen worden sind, also wo es tiefer dann in den Dschungel hineingeht. Ja. Und auf diesem Bild dreht uns Chris nun den Rücken zu, aber auf anderen Blick ziehen die Kamera und man sieht, also Chris geht immer voraus, die Sand ist zurück und Chris sieht auf diesen Fotos nicht mehr so fröhlich, aus wie am Anfang der Wanderung. Sie sieht eher gehetzt und besorgt aus. Jetzt ist allerdings die Frage, liegt das vielleicht einfach an der Beschwerlichkeit des Weges oder liegt es vielleicht daran, dass sie da schon in irgendeiner Situation waren, die komisch war, ob da jemand bei ihnen war, den sie nicht einschätzen konnte oder ob sie durch irgendetwas, vielleicht durch Leute, die hinter ihnen auf dem Trail waren, weitergetrieben wurden, und ob sie vielleicht geflüchtet sind vor irgendjemandem, das weiß man nicht. Also das sind auch Theorien, dass sie vielleicht bei El Mirador bemerkt haben, dass hinter ihnen auf dem El Pianista irgendwelche Leute waren, mit denen sie nicht in Berührung kommen wollten und dass sie dann da daher weiter in den Urwald gegangen sind. Achso, okay. Das ist natürlich auch eine krasse Theorie. Oder dass sie vielleicht irgendwas gesehen haben, was sie nicht sehen wollten. Das letzte Foto vom 1.4. auf dieser Kamera trägt die Nummer 508. Das nächste Foto ist die Nummer 510. Das heißt, ein Foto wurde gelöscht, die 509 fehlt. Und das ist komisch, denn man hat diese Kamera ausgewertet und Lisanne hat auf dieser ganzen Reise kein einziges Foto gelöscht. Egal wie verwackelt, egal wie unvorteilhaft Bilder waren, alle Bilder wurden behalten. Und dieses Foto 509 wurde offensichtlich nicht nur an der Kamera gelöscht, sondern jegliche Informationen, jegliche Datenfragmente dieses Fotos sind verschwunden. Das heißt, dieses Foto muss über einen Laptop gelöscht worden sein oder einen Computer. Also die Kamera wurde offensichtlich an einen Computer angeschlossen oder einen Laptop und dieses Foto wurde komplett beseitigt. Okay. Es kann also nicht von den beiden im Urwald gelöscht worden sein. Und das kann jeder. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das geht. Beziehungsweise ich würde halt, klar, ein Foto löschen kann ja jeder, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein Foto von der Kamera lösche oder von dem über den Laptop. Ja, offensichtlich macht es das. Wusste ich vorher. Das musst du ja dann, müsstest du dann ja auch erstmal wissen. Ja. Weißt du, ich meine. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus primär, dass sie das ja nicht getan haben können. Also sie hatten keinen Computer dabei und warum sollten sie auch einfach da, wenn sie sich verlaufen haben, wenn sie da unterwegs sind, warum sollten sie random irgendein Foto löschen. Man kann also davon ausgehen, dass auf diesem Foto Nummer 509 ein massiver Hinweis zu finden ist, was mit den beiden passiert ist. Vielleicht tatsächlich die Zufallsbekanntschaft, mit der man dann noch ein Selfie gemacht hat oder Leute, die einem gefolgt sind, fotografiert oder sonst irgendwas. Aber das werden wir leider nie erfahren, denn dieses Foto ist, wie gesagt, unwiederbringlich gelöscht worden. Und diese Bilder, die du mir jetzt eben gerade noch geschickt hast, sind das die Bilder 508 und 510? Nein, dazu komme ich jetzt. Ab dem 8.04., also einige Tage nach dem Verschwinden, entsteht eine Reihe von Fotos, die in den Ermittlungsakten die Nachtfotos heißen werden. Die sind offensichtlich alle in der Dunkelheit aufgenommen worden, zwischen 1 und 4 Uhr nachts. Das sind 90 Fotos und sie zeigen eigentlich nur, also auf den ersten Blick wurde da random in den Urwald hinein fotografiert. Auf allen 90 Fotos? Auf allen 90 Fotos, bis auf zwei, aber auf die komme ich auch noch. Aber wenn man dann die Fotos sich genauer ansieht, dann merkt man, dass da offensichtlich jemand relativ gezielt diesen Urwald fotografiert hat und man vermutet, dass Lisanne vielleicht den Blitz des Fotoapparates als Lichtquelle genutzt hat, um sich nachts orientieren zu können. Alter, ey, ich finde diesen Fall sowas von unheimlich, ne? Ich bin da komplett drin. Also wenn man sich vorstellt, dass da irgendwie zwei junge Frauen nachts durch den Urwald, ich meine, Urwald nachts, ich habe mal in Belize, das ist auch da in Mittelamerika, in so einem Camp gepennt, wo man so in Hängematten schlafen konnte und der Urwald nachts macht einfach unglaublich komische Geräusche. Also wenn man jetzt hier so aus Europa kommt und das nicht kennt, da ist einfach unheimlich viel Leben und man hört einfach überall Geräusche, die man nicht zuordnen kann und dann aber, wie gesagt, nicht in einem Camp, sondern in der Dunkelheit, im Wald, vielleicht verletzt und gestresst und übermüdet und sicherlich auch hungrig und durstig. Wie gesagt, möglicherweise die Kamera so als Lichtquelle nutzen, das ist schon ein sehr, sehr krasses Szenario, finde ich. Ja, ich finde das, also Frau oder Mann, also ich glaube, da macht man sich echt in die Hosen und vor allem, also Panama, wilde Tiere mäßig, glaube ich, geht das im Dschungel einigermaßen. Ich sehe hier Tapiere, Gürteltiere, Dampelt, Ocelot, das ist ja auf jeden Fall dann nicht ohne, vielleicht, aber ich weiß nicht, ob die für Menschen gefährlich sind, Schlangen, Schlangen, Reptilien, ja, giftige Schlangen, giftige Spinnen, Frösche, ich denke so ein Ocelot oder es könnte da, ich weiß nicht, gibt es da Jaguare in Südamerika generell, ja, aber in Panama vielleicht auch und das sind ja schon auch Tiere, die auch einem, auch einem Menschen gefährlich werden können, gerade wenn man in so einem geschwächten körperlichen Zustand ist. Gibt es, also es gibt neben dem Puma auch den Panama Jaguar. Ja, also wie gesagt, es ist nicht, nicht ungefährlich, bleiben wir dabei und generell natürlich auch das Fortbewegen im Urwald allein schon nicht ungefährlich, du kannst, an irgendwelchen Unebenheiten im Boden einfach hängenbleiben, die dich verletzen, der Weg ist sehr, sehr unwegsam, kein schönes Szenario. Ich hatte angesprochen, dass zwei Fotos eben keine Random Fotos in die Dunkelheit sind, sondern was anderes zeigen. Ja. Eines zeigt einen Strauch oder einen Baum, an dem offensichtlich eine rote Plastiktüte hängt, also so diese Billo-Plastiktüten, die man im Süden bei so, bei Einkäufen einfach gerne bekommt. Ja, ich liebe die eigentlich, diese Einkaufstüten. Oder wenn man jetzt hier so im, weiß ich nicht, im türkischen Lebensmittel laden, gibt es sowas oft. Ja, ich liebe die, die sind für mich immer so, weiß nicht, da bist du direkt woanders, machst du eine kleine Urlaubsreise. Selbst wenn man hier einkaufen geht, man ist direkt irgendwie, denkt direkt irgendwie, es ist Urlaub, auch, ja. Total. Genau, und diese Tüte, diese Plastikteile, das wirkt so ein bisschen, als ob da jemand vielleicht eine Markierung in den Baum gesetzt hätte. Das zweite Foto, das nicht die Dunkelheit zeigt, zeigt eine Nahaufnahme von Chris Kremers rotem Haar. Und das habe ich, das habe ich dir geschickt. und man vermutet, dass sie da vielleicht eine Verletzung hatte, die Lisanne irgendwie dokumentieren wollte, aber das nicht geschafft hat in der Dunkelheit. Die Theorie ist, dass Chris Kremers da schon verstorben ist, also dass Lisanne quasi mit der Leiche ihrer besten Freundin da im Dschungel war. Oh Gott. Und mit diesen Tüten in diesem Strauch vielleicht ihre Fundstelle markieren wollte, dass man sie dann später finden kann. Das ist aber wie gesagt nur eine Theorie, man weiß es nicht genau. Aber die Tatsache, dass da ihr Haar so nah fotografiert wurde, spricht ja schon dafür, dass da irgendwas dokumentiert werden sollte. Und die Tatsache, dass ab dem 5. April nur noch Chris Handy genutzt wurde von jemandem, der offensichtlich nicht Chris war, spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass sie vielleicht schon da nicht mehr in der Lage gewesen ist. Ob sie jetzt schon tot war oder einfach nur schwer verletzt oder krank, das kann man natürlich nicht sagen. Ja. ist schlüssig. Es kommt dann darauf hin, nach dem Bekanntwerden dieser Funde, also die Behörden haben auch teilweise die Fotos veröffentlicht. Mittlerweile kann man eigentlich alle einsehen online. Die wurden dann teilweise auch nachträglich durch die Familien der beiden Frauen zugänglich gemacht, um vielleicht in der Online-Community noch Leute zu finden, die da irgendwas zu sagen können oder die irgendwelche Hinweise finden. Nach dem Bekanntwerden dieser Funde startet eine erneute Suche, allerdings nicht durch die Behörden, sondern Tourguide F organisiert das wieder und diese Suche fördert relativ schnell einen Fund zutage. Chris Jeans Shorts wird gefunden, die sie offensichtlich auf diesem El Pianista getragen hat. Es gibt zwei Versionen, wie sie gefunden wurde. Version A, sie trieb im Wasser. Version B, sie lag gefaltet am Flussrand. Aber so oder so, es ist seltsam, dass sie dann einfach nach zehn Wochen gefunden wurde, nachdem zuvor groß angelegte Suchaktionen sie halt nicht zutage gefördert haben. Finde ich auch. Kurz darauf kommt es zu einem etwas drastischeren Fund. Es wird ein Wanderschuh gefunden, der als Lisanz Schuh identifiziert wird und Lisanz Fuß steckt noch darin. Oh, okay. Der Fuß wurde sauber abgetrennt vom Bein, also es sieht nicht so aus, als ob das irgendwie jetzt random durch irgendeinen Unfall oder sonst irgendwas passiert ist. Ich habe es auch nicht gesehen oder auch keine genaueren Ausführungen gehört. Es wird nur beschrieben als saubere Trennung, also eher chirurgisch sauber und jetzt nicht abgebissen von einem Puma. Ja, wahrscheinlich auch nicht unbedingt chirurgisch, aber irgendwo, also wahrscheinlich eher so in Richtung eher mit einem Werkzeug als mit einem, ja genau. Oder gesägt oder so. Es werden auch weitere Knochen von Lisanz Bein gefunden und das Becken von Chris, das ist in der Mitte durchgebrochen, also der Beckenknochen. Ah, okay. Interessanterweise weisen alle Knochenfragmente von Lisanz noch Gewebespuren von ihr auf, also man kann da irgendwelche Fleischrückstände finden. Die Knochen von Chris sind absolut sauber und ausgebleicht, also ganz anderes Auffindebild. An keinen Knochen, weder von Chris noch von Lisanz, gab es Spuren von Tierfraß, also keine kleinen Zahnspuren oder sonst irgendwas. Es sah so aus, als ob da keine Tiere dran unterwegs gewesen wären. Der Fuß von Lisanz war an mehreren Stellen gebrochen. Da wird vermutet, dass es durch die Überlastung passiert ist. Also wenn du sehr, sehr großer Belastung ausgesetzt bist, sehr, sehr große Strecken zurücklegst und nicht entsprechend trainiert bist, obwohl sie natürlich eine trainierte Volleyballspielerin war, aber dieses lange Fortbewegen im Dschungel ist natürlich nochmal eine ganz andere Anforderungen, dann kann es zu diesen Ermüdungsbrüchen kommen und sowas scheint es bei ihr gewesen zu sein. Ja, verstehe. Also wie gesagt, verschiedene Knochen, die Knochen der beiden auch von verschiedener Beschaffenheit, was ja auch seltsam ist. Die liegen im gleichen Urwald und sind grundunterschiedlich. Es kann auch nicht herausgefunden werden, warum die Knochen von Chris Krämers derart ausgebleicht sind. Also man macht verschiedene Untersuchungen im Boden oder in der Umwelt, um herauszufinden, ob es da irgendwelche Umwelteinflüsse gibt, die dieses Ausbleichen so schnell voranbringen könnten. Da wird nichts herausgefunden. Ich habe noch eine Frage zum Fundort. Dieser Fundort ist aber tiefer im Dschungel. Also der ist jetzt nicht auf dem El Mirador oder irgendwo auf dem El Pianista geortet. Der ist nicht am El Pianista, aber der ist da, wo tatsächlich auch die Suche stattgefunden hat. Also wurde entweder schlampig gesucht oder diese Sachen wurden nachträglich platziert. Ein paar Tage später erscheint der Tourguide bei der Polizei und hat einen weiteren Fund gemacht. Er überreicht ihnen ein Bällchen, das erst aussieht wie ein Klumpen Erde, aber bei genauerem Hinsehen ein zusammengerollter Fetzenhaut ist. Die Gerichtsmedizin nimmt das vorsichtig auseinander und sie stellen fest, dass es ein circa 30 cm langes Stück Haut ist, das von Lisans Bein abgezogen wurde und dann zu einer Kugel gerollt. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall schräg. Der Zustand der Haut deutet darauf hin, dass sie irgendwo gelagert wurde. Also sie ist nicht sonderlich angegriffen von äußeren Bedingungen. Die Verwesung ist noch nicht so stark fortgeschritten. Also sie muss irgendwo gelagert worden sein, um sie in einem guten Zustand zu erhalten. Und der Fundort deutet darauf hin, dass auch dieses Hautbällchen nachträglich gezielt platziert worden ist, damit es gefunden wird. Weil ja auch da, wie gesagt, es wurde alles abgesucht und auf einmal taucht da dieser Klumpen auf. Allerdings muss ich da auch wieder sagen, erscheint mir da auch wie der Tourguide F so ein bisschen fragwürdig, weil wenn ich Idee komme, dass das irgendwas ein Hinweis sein könnte und es aufheben. Das scheint mir auch so ein bisschen fragwürdig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas übersehen kann, grundsätzlich. Aber ja gut, und wenn es dann ins Auge springt, also dass es jetzt nicht mitten im Urwald irgendein Müll zwangsläufig sein muss, den ein Mensch entsorgt hat, sondern dass man dann vielleicht trotzdem eher mal nachschaut, weil es einfach so naturbelassen ist, könnte ich mir fast sogar vorstellen. Ja. Aber man muss es aber erst mal sehen. Genau, man muss es erst mal sehen. Ja, soweit die Fakten. Wie gesagt, die panamaischen Behörden haben dann diese ganzen die beiden bei einem Unfall gestorben sind. Sie vermuten, dass die beiden eine sogenannte Monkey Bridge benutzt haben. Das sind solche behelfsmäßigen Überquerungsmöglichkeiten über Gewässer. Das ist krass, dass du es sagst, weil ich habe nämlich vorhin direkt an so eine Brücke denken müssen. Es lag mir so auf der Zunge, es zu sagen. Auf jeden Fall vermuten sie, dass eine solche Monkey Bridge benutzt wurde und die beiden dann davon abgestürzt sind. Man hätte dann vielleicht gesehen, wie der andere abstürzt, aber man wäre nicht zu zweit abgestürzt. Das ist auch schon ein bisschen komisch. Und dieses Unfall Szenario erklärt eben all diese anderen Dinge nicht. Es erklärt nicht dieses tagelange durch den Wald irren der beiden. Das erklärt nicht das gelöschte Foto, das Auffinden des Fußes, das gebleichte Becken, dieser Hautklumpen, der ja offensichtlich abgezogen auch nicht durch Tiereinwirkung oder durch irgendwie random Umwelteinwirkung. Das ist ja irgendwas Gezieltes. Also ich finde, dieses gebrochene Becken schreit ja schon nach einem Sturz. Und das war eben mein erster Gedanke. Es war ja auch Chris Becken, oder? Und sie ging immer vor. Und du sagst es ja eben, man geht auf so eine Brücke allein. Und jetzt, weil eben die Lisanne ja durchaus so eine überlegte war, überlegte, sagen wir mal, vernünftige Person, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie, ja das ist schon relativ schlüssig, dass man sagen kann, Chris ist da vielleicht einfach runtergestürzt, Lisanne ging die Brücke, natürlich hat sie die nicht mehr genommen, musste erst mal einen Weg zu Chris suchen. Und irgendwie mit einer Freundin, die ein gebrochenes Becken hat, kommst du ja auch total schlecht voran, das heißt, die kann sich nicht bewegen, die hängen da fest. Und was macht man dann? Weißt du, der Tag geht langsam, es wird langsam dunkel, es wird Nachmittag, man weiß, die Nacht bricht gleich ein und scheiße ist mitten im Dschungel. Dann guckst du, dass sie irgendwie weiterkommt, du gehst vielleicht mal 500 Meter nach links, nach rechts, du gehst immer wieder zurück zu dieser Person, weil du sie vielleicht schlecht transportieren kannst und wenn, dann kommst du halt nur wenige Meter voran und musst vielleicht sogar nochmal irgendwo hingehen, weil du kein Netzempfang hast und weil du irgendwie telefonieren musst. Ich finde es seltsam, dass sie nicht andere Leute angerufen hat oder so, aber das macht für mich noch alles total viel Sinn. Und dann hatten sie vielleicht so eine kleine Höhle und das finde ich das unheimlichste, was wir bisher bei Blutschulen besprochen haben, dass du halt nachts da im Dschungel bist und mit dem Handyblitz halt quasi irgendwie wilde Tiere verscheuchst oder sowas oder halt oder dir Licht verschaffst. Das finde ich also wirklich krass und das insofern ist das für mich noch alles schlüssig. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Chris in irgendein keine Ahnung besonderes kalkhaltiges Flusswasser reingefallen ist oder sowas, was dazu geführt hat, dass aus irgendeinem Grund die irgendwas Inneres Chemisches ausgelöst wurde, was dazu führte, dass die Knochen irgendwie anders waren. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht waren da irgendwelche Bakterien drin oder sowas, die dann die Haut nochmal irgendwie anders angegriffen, angeknabbert haben oder sowas und dass sich das durch diesen Bruch, durch diese offene Wunde einfach durch den ganzen Körper verteilt hat. Das wäre für mich zumindest noch die eine Erklärung in die Richtung, aber diesen Hautfetzen, den kann ich nicht mehr erklären. Ja, also dieses Unfallszenario, ich sehe natürlich, wie die Behörden da drauf gekommen sind. Du hast natürlich vollkommen recht, so ein gebrochenes Becken kann durchaus durch den Sturz entstanden sein. Natürlich ist das auch ein sehr, sehr unwegsames Gelände und das sind zwei junge Frauen gewesen, die sehr unerfahren auf dieser Geländeart waren. Das heißt, es ist nicht abwegig, dass sie da Unfälle hatten. Vollkommen richtig. Das erklärt aber, wie gesagt, eben diese vielen, vielen anderen Dinge nicht. Dieses gelöschte Bild beispielsweise und diese abgezogenen Hautklumpen, die ausgebleichten Knochen, wie gesagt, die Umwelteinflüsse dort spezifisch wurden untersucht und es wurde nichts gefunden, was da irgendwie das erklären könnte. Also das sind, finde ich, auch der abgetrennte Fuß, das sind eher Dinge, die für was anderes sprechen. Und wenn man davon ausgeht, dass da die zwei jungen Damen im Wald gestorben sind, dann hätten sich an den Knochen sicherlich Spuren von Tierfraß finden lassen, weil so zwei Kadaver im Wald, natürlich wären die dann irgendwie von irgendwelchen Aasfressern auch angegangen worden. Und wir erinnern uns an die Aussage, dass dieser Knochen, dieser Hautfetzen offensichtlich irgendwo gelagert wurde, um eben ihn in einem guten Zustand zu erhalten, bevor er gefunden wurde. Es gibt natürlich Theorien. Und sowas wie Kannibalismus oder sowas? Dass die beiden sich jetzt mal wissen. Nee, aber dass die die, ich sage dann die tote Chris teilweise gegessen hat, weil sie einfach Hunger hatte nach einigen Tagen. Darauf deutet nichts hin. Also das habe ich zumindest noch nie gelesen. Man kennt natürlich solche Szenarien. Es gibt da einen ganz bekannten Fall von einem Flugzeugabsturz in den Anderen, wo die Leute dann die Toten gegessen haben. Das gibt es immer wieder. Ich habe nichts gelesen, was darauf hindeutet. Es gibt Theorien. Ich kann dir die kurz mal nennen, was vermutet wird. Voll gerne. Eine Theorie ist, dass das Ganze ein sogenannter Narco-Trail ist. Also wenn du von Kolumbien weiter Richtung Mexiko oder die USA willst, musst du zwangsläufig durch Panama. Panama ist das einzige Land, das da dann quasi weiter nördlich führt. Und das heißt, irgendwelcher Landschmuggel würde sich immer durch Panama bewegen. Und eine Theorie besagt, dass die beiden vielleicht auf irgendwelche Schmuggler gestoßen sind und deswegen sterben mussten. kann sein, aber die hätten sich nicht die Mühe gemacht, dann da irgendwelche Haut zu platzieren, irgendwelche abgeschnittenen Füße hinzulegen. Also die hätten sich diese Mühe nicht gemacht. Man hätte dann einfach die zwei Leichen gefunden wahrscheinlich. Ja, wenn sie jetzt nicht den Super-Psychopathen zufälligerweise treffen. Genau. Eine Theorie besagt, dass die beiden Opfer von illegalem Organhandel wurden, weil das ja wie gesagt in Südamerika teilweise vorgekommen ist. Wir hatten diese Geschichte mit den Todesschmattronen in der letzten Folge. Dinge, das halte ich allerdings für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil solche Leute sich meistens Opfer suchen, die keiner vermisst und man kann sich halt an fünf Fingern abzählen, dass zwei junge Frauen aus Europa oder den Vereinigten Staaten große Aufmerksamkeit dann auf diese Gegend ziehen würden. Also es wird Suchmaßnahmen geben, es wird mediale Berichterstattung geben, das wäre dumm. Eine weitere Theorie ist der vollkommen zufällige Mord, also dass die da random ermordet wurden. Dann geht das FBI davon aus, dass es in Panama mindestens einen aktiven Serientäter gibt, der noch nicht gefangen wurde, also das könnte durchaus auch sein. Ein noch unentdeckt aktiver Serientäter in Panama, aber die meisten Theorien richten sich auf diesen Tourguide. Wie gesagt, sein Verhalten ist so ein bisschen seltsam, also dieses extreme sich einbringen in die Suche, bei zwei Leuten, die er gar nicht kannte, dieses Durchsuchen des Zimmers. Dazu kommt, dass er eine Ranch in der Nähe von Alto Romero hat, wo der Rucksack gefunden wurde und es diverse Berichte gibt von Touristinnen, europäischen und amerikanischen Touristinnen, die schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht haben, also dass er zudringlich wurde während irgendwelchen Touren. Und auch sein Sohn, also der Sohn des Tourguides, ist als relativ frauenfeindlicher Hitzkopf bekannt in dieser Gegend. Also auch eine Theorie könnte sein, dass dieser Sohn etwas mit diesem Toten zu tun hat und sein Vater dessen Spuren verwischen wollte. Das sind also so die, das sind so die gängigen Theorien, die existieren. Das finde ich interessant und ich finde halt auch gesetzt den Fall, dass das nicht alles im Dschungel passiert ist und viele Indizien schreien danach. Also wir haben das gelöschte Bild, wir haben diese sauber abgetrennten Füße oder den sauber abgetrennten Fuß, wir haben dieses Stück Haut und das sind ja schon alles Dinge, die danach schreien eigentlich, dass es irgendwo in einem, ja ich will nicht sagen häuslichen Umfeld, aber zumindest irgendwo abseits vom Dschungel in einer Behausung stattgefunden haben muss. Die mussten irgendwo hin transportiert worden sein. Und was für mich wiederum bedeutet, dass eigentlich im gerade in so einer speziellen Situation, also dass das einfach im Prinzip jemand sein muss, der dort lebt, weißt du? Also es kann, es kann nicht irgendwie, das ist alles Dschungel, das ist alles so viel Natur drumherum und es kann einfach nur im näheren Umfeld dieses Geschehens, kann man den Mörder finden, wie ich finde. Also wenn es ein Mörder war. Davon gehe ich auch raus, ja. Vollkommen. Ich finde natürlich, das liegt natürlich in der Natur der Sache, weil ich ja so ein True Crime Freund bin, ich finde natürlich diese Theorie mit dem noch nicht entdeckten aktiven Serienmörder in Panama total spannend. Also das FBI hat offensichtlich Hinweise darauf, dass da einer aktiv ist, aber der noch nicht zu Tage getreten ist quasi. Aber das wäre natürlich auch sehr random, dass ausgerechnet dem dann diese beiden Frauen da in die Arme laufen. Ich glaube auch, dass die Lösung da irgendwo in diesem Gebiet zu finden sein wird. Und für mich persönlich, ich meine, wir kennen natürlich nicht alle Fakten, es gibt bestimmt auch vielleicht noch andere Protagonisten, die nicht aufgetreten sind, aber anhand dieser Faktenlage ist für mich tatsächlich der Tourguide auch verdächtig. Also ich finde sein Verhalten tatsächlich auch seltsam. Ja, auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, dass diese ganzen wichtigen Funde dann irgendwann, also die Shorts von Chris, der Fuß von Lisanne, das Becken, dieser Hautfetzen, dass es alles auf ihn zurückzuführen ist. Also er hat diese Funde dann gemacht, beziehungsweise seine Suche hat diese Funde zu Tage gefördert. Das scheint mir auch sehr, sehr zweifelhaft. Ja, und wie du schon sagst, also er hat ja nichts davon, dass er jetzt losgezogen ist, um zu suchen. Was für Beweggründe sollte er gehabt haben? Ja, wir können ihm natürlich jetzt auch super Unrecht tun. Er kann der netteste Mensch der Welt sein, der einfach aus purem Altruismus heraus diese jungen Frauen suchen wollte, um vielleicht deren Familien Gewissheit zu verschaffen, wissen wir nicht. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass er es nicht war. Ja, also haben die den jetzt genau untersucht, den Typ? Ja, aber es hat nichts zu Tage gefördert. Es ist nicht so, dass das irgendwelche Verdachtsmomente gebracht hätte. Ja, okay. Schade. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass es eigentlich immer das der Umgebung sein muss. Da bin ich dabei, ja. Und er, bei ihm schreit es ja wirklich danach. Das ist ja komisch, dass er immer die Sachen findet. Also es ist ja so ein bisschen wie, äh, sag ich mal schon mal, wie hieß er, unser Flado Taneski? Taneski, ne? Ähm, der ja auch immer mehr wusste als die Polizei, so ein bisschen mehr, ne? Ja. Oder dann zum Beispiel noch diese eine Leiche ausgekramt hat, die Frau, nach der keiner mehr gesucht hat und sowas. Und, ähm, insofern muss man sich schon fragen, welche Motive ein Tourguide haben könnte, jetzt immer wieder Beweise zu liefern. Also das ist schon ein bisschen widersprüchlich, ne? Also er sollte ja darauf aus sein, dann Spuren verschwinden zu lassen, als er jetzt zu liefern. Bei Taneski war es ja eben andere Beweggründe. Du meinst, wenn er der Täter wäre? Wenn er der Täter wäre. Ja, aber es kann ja auch sein, es gibt ja durchaus auch Täter, die das genießen, so ein Katz-und-Maus-Spiel zu spielen mit der Polizei, ne? Und das kann ja auch durchaus sein, dass das bei ihm so war. Also es gibt diese Leute, die dann auch durchaus das Risiko der Entdeckung eingehen, weil sie sich einfach daran berauschen, dass sie, ja, so ein bisschen die Polizei verarschen können, an der Nase herumführen können. Also ausschließend würde ich das definitiv nicht und das scheint mir, wie gesagt, aufgrund dieser Spuren oder dieser Fakten, die wir kennen, die vielversprechendste, Entschuldigung, die vielversprechendste Spur zu sein. Ich, ähm, also ich glaube, wie gesagt, nicht an Organhandel, ich glaube nicht an so einen Narco-Trail, das da darauf deutet, dass dich hinterswürde, wäre anders abgelaufen. Dann bleibt für mich halt der Serientäter oder der Tourguide, beziehungsweise sein Sohn, Unfall, wie du schon sagst, macht zu einem bestimmten Punkt hin Sinn, aber erklärt halt eben diverse Punkte nicht. Und da ist dann definitiv eine fremde Einwirkung geschehen. Und dann kann man dieses Szenario, glaube ich, verwerfen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich habe ja die Zuhörer auch abstimmen lassen, wohin uns denn die Reise führt für unsere Code Case. Und, ähm, ich habe mich auf diesen Fall einfach wahnsinnig gefreut, schon die ganze Zeit. Und ich war dann richtig froh, als Panama gewählt wurde, äh, weil ich den Fall einfach super, super spannend finde. Also ich finde den auch mega. Du hast mich ja vor ein paar Tagen gefragt, äh, welchen Code Case ich am liebsten, äh, aufdecken würde. Und, äh, dadurch, dass ich mich halt nicht mit der Materie auskenne, kann ich ja quasi nur auf die Code Cases zurückgreifen, die, äh, ich so hier kennengelernt habe. Und jetzt gerade würde ich fast sagen, dass dieser hier doch ziemlich weit oben ist. Vielleicht sogar noch vor Eisenherz, weil ich einfach dieses Setting so krass finde. Ich muss das ganz kurz erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt uns zuhören, die vielleicht uns nicht bei Instagram folgen. Ähm, dann auch kurzer Aufruf, tut das einfach. Ähm, Yes, ja. Ich hatte dort, äh, wir hatten dort so ein bisschen so eine Fragerunde gestartet und viele Zuhörer, die uns da folgen wollten, wissen, welchen Code Case wir lösen würden, wenn wir uns einen aussuchen könnten. Und Daniel hat eben Eisenherz gewählt, eine unserer Folgen. Ein Mord an einem holländischen Ehepaar, lustigerweise auch Holländer, die da im Mittelpunkt standen. Und ich hab... Diesmal mit dem Camper. Ja, diesmal mit dem Camper. Und ich hab mich für den Fall Frauke Liebs entschieden, ähm, weil ich den super spannend finde. Aber tatsächlich gibt es eine ganze Latte von Code Cases, die ich super, super, äh, gerne lösen würde, wenn ich könnte. Der hier gehört auf jeden Fall auch dazu. Also der ist bei mir auch relativ weit oben. Es ist, glaube ich, auch bei mir so ein bisschen tagesformabhängig. Wenn du mich an einem anderen Tag fragst, hätte ich vielleicht den hier genannt. Ja, kann bei mir auch so sein. Jetzt gerade bin ich einfach so komplett drin. Ja. Ich finde es, äh, ja. Er ist schon, er ist schon sehr besonders, wie du schon sagst. Und das Setting bringt viel mit. Dann auch diese, ja, diese, 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 diese Vorstellung dieser, wie soll ich sagen, hoffnungslosen Einsamkeit nachts im Urwald. Vielleicht mit einem, wenn ich mir das vorstelle, wir zwei, ähm, auf so einer Tour und einer schwer verletzt vielleicht und der andere hart da bei dem schwer verletzten aus. Und man versucht irgendwie verzweifelt, äh, Hilfe zu rufen und bekommt niemals eine Verbindung. Und natürlich Durst, Hunger, diese Geräuschkulisse, das Unbekannte, die Hitze. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ja. Ja, das ist total schrecklich und, ähm, ich finde, das ist richtiger Stoff für einen Horrorfilm. Also ich habe diesen Blair Witch tatsächlich nie gesehen, ne. Ist natürlich auch eine andere Kiste, aber, ähm, so dieses, ähm, verlassene im Dschungel und mit der schlimmen Verletzung und du bist quasi dort gegeiselt. Das finde ich also wirklich Horrorstoff mäßig. Total. Absolut, ja. Also ich meine, es ist ja auch so oder so Horrorstoff. Wenn man jetzt von diesem Unfallszenario ausgeht, ist das Stoff für einen Horrorfilm. Aber natürlich auch die, die Fantasie spinnt ja das alles weiter. Man findet ja diese Haut, die abgezogen wurde, 30 Zentimeter vom Bein. Man, man macht sich ja Gedanken, wie kann das passiert sein? Und man hat ja bestimmte, bestimmte Szenarien im Kopf. Und das ist halt auch alles Horrorstoff. Also ich glaube, wir können so oder so festhalten, dass das, was diese beiden jungen Frauen da erlebt haben, absolut furchtbar gewesen ist. Ja, und vor allem hat sich das ja übelst gezogen. Ja. Es ist ja nicht so, dass sie von der Brücke gefallen und tot, äh, sind und tot waren oder so, sondern dass sie offensichtlich etwas ganz Schlimmes, ähm, erlebt haben über eine längere Zeit und unfassbare Angst haben mussten, gehabt haben mussten. Und ich finde diese Dokumentation der 90 Night Pictures ist einfach auch einmalig, tatsächlich wie, äh, bei unserem Fall Schatten, weil, ähm, man so mit, ähm, im Prinzip eine Dokumentation dieses Leidensweges erfährt. Und das ist schon, ähm, glaube ich, eine Besonderheit. Ja, also das ist ja, das habe ich ja eben gesagt, das ist natürlich unserer, unserer Gesellschaft geschuldet und den technischen Möglichkeiten heutzutage. Aber man ist einfach in manchen Fällen sehr, sehr nah dran. Ja, es gab ja beispielsweise auch diesen Attentäter von Christchurch, der seine Taten direkt gestreamt hat. Also, näher dran geht's natürlich nicht mehr. Aber ich finde sowas hier, sowas hier, oder wie auch bei Schatten, diesen Snapchat-Morden, das, das finde ich fast noch gruseliger. Also dieses Auffinden dieser, dieser Handys und dieser Kamera, wo man dann diese Fotos findet und halt nur so halbwegs rekonstruieren kann, was es damit auf sich hat. Ja, absolut. Also, ähm, ja, und also nochmal irgendwie 88 oder 87 Bilder, die einfach ins Dunkle rein fotografiert wurden, in der Nacht. Das ist ja schon, gab es eigentlich nach diesen 90 Bilder noch weitere Bilder bei Tageslicht? Nein. Also, man kann davon ausgehen, dass die Kamera immer nur nachts benutzt wurde. Und, ähm, deswegen, wie gesagt, ist die Überlegung, wollte man damit die Gegend beleuchten, um vielleicht einen Weg zu finden? Oder wollte man, wie du auch schon gesagt hast, äh, vielleicht wilde Tiere damit fernhalten? Oder wollte man vielleicht den potenziellen Suchenden irgendwelche Signale geben? Ja, und jetzt sind wir wieder bei dieser Geschichte mit diesem gelöschten Bild. Du hast ja gesagt, möglicherweise war auf diesem Bild jemand drauf, der das nicht wollte. Ähm, dieses, äh, eine Bild mit den roten Haaren aus nächster Entfernung, das ist aber jetzt nicht 508 oder 510, ne? Ja, nein, das ist anders. Also, diese, 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 ähm, 508 ist das letzte Tagbild vom El Pianista, von diesem ersten vierten. Und 509, also, da ist der Wechsel. 510 ist das erste Nachtbild. Also, man weiß nicht, war 509 jetzt noch ein Tagbild vom El Pianista? Oder markiert das den Wechsel zu den Nachtbildern, aber danach beginnen die Nachtbilder? Okay, 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 okay. Na, okay, ne, dann hatte ich noch so eine andere Theorie, aber die kann ich jetzt verwerfen an der Stelle. Ja, ist also auf jeden Fall total krass. Und, ähm, erst ganz viel Raum zu spekulieren. Und, ähm, also, ich finde diese, dieses ganze, diese Rahmenbedingungen sehr beklemmend, muss ich sagen. Mega. 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 Natürlich auch einfach, weil es so eine, so eine Sache ist. Also, das ist uns nicht vertraut. Es ist eine Umgebung, die uns nicht vertraut ist. Das ist natürlich dann schon mal so ein bisschen beängstigend. Und, natürlich, dieses Szenario Nachts der Natur, beziehungsweise der Wildnis ausgesetzt zu sein, das bedient dann auch wieder solche Urängste, die einfach im Menschen verankert sind. Das ist, ähm, also auf vielen verschiedenen Ebenen sehr, sehr beklemmend. Definitiv. Ja, und was mich aber dann wiederum total wundert ist, dass in dem Rucksack alles so sorgfältig noch, äh, gefalten war und so. Weißt du? Das, das ist doch auch irgendwie, also, wenn sie den Rucksack irgendwo verloren haben, macht das Sinn. Ja, das könnte sein. Die haben ihn verloren und dann ist er einfach geblieben, wie er ist. Aus irgendeinem Grund ist er trocken geblieben. Wie auch immer. Aber, wenn sie den Rucksack bei sich gehabt hätten, dann hätten sie auch auf jeden Fall mal irgendwann da reingegriffen. Nein, sie mussten ihn ja dabei gehabt haben wegen den Bildern, ne? Richtig. Sie können ihn nicht verloren haben, weil, wie gesagt, Kameras und auch die Handys, die ja zehn Tage lang benutzt wurden, waren drin. Und, noch dazu kommt, er kann da ja nicht random verloren worden sein, weil diese indigene Dame, die ihn gefunden hat, hat ja ausgesagt, dass er am Vortag nicht da stand, am Rande dieses Feldes. Plus, er wurde ja an einem Feld gefunden, an einer Ortschaft. Das heißt, sie wären ja gerettet gewesen. Hätten sie da diese Ortschaft gefunden, dann hätten sie da um Hilfe gebeten. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist wirklich, dass, ähm, dort gibt es indigene Völker, ja? Ja. Kennt man, weiß man was über die und deren Nahrungs... Nein, das sind, das sind ganz, ganz, das sind total friedliche und auch in die, an die moderne Gesellschaft angepasste Menschen. Also es sind, es gibt dort nicht diese, diese... Keine kandivalen Stämme. Ja, also es gibt ja teilweise noch im Amazonasgebiet noch wenig kontaktierte Stämme oder auch in Peru und Ecuador Stämme, die zwar Kontakt mit der zivilisierten Welt hatten, aber weitestgehend in Ruhe gelassen werden, auch in Chile, aber das ist da nicht der Fall. Und diese, diese ganz krasse Stammesgeschichte, Stämme, die, die auch wirklich Kontakt zur Außenwelt ablehnen und vielleicht auch noch kannibalistisch sind, das gibt es ja wirklich fast, fast gar nicht mehr. Ja, ich kann mich erinnern, hast du vielleicht auch mitbekommen, vor ein paar Jahren gab es nochmal so einen Fall auf den Andaman, das ist eine Inselgruppe, die zu Indien und Thailand gehört, also die da unten ist. Da gibt es eine Insel Sentinel Island und da lebt ein Stamm, der auch keinen Kontakt wünscht von außen und der immer wieder Fischer und Fotografen, die zu nahe rankommen, attackiert. Und da wurde ein Missionar, der diesen Leuten das Christentum näher bringen wollte, wurde von denen dann ermordet am Strand, weil sie sein Eindringen einfach als feindseligen Akt wahrgenommen hatten und offensichtlich nichts von Jesus Christus hören wollten. Aber selbst das sind keine Kannibalen, das sind einfach nur Menschen, die sich abgrenzen von äußerem Einfluss. Okay, ich würde jetzt mal meine abschließende Finale Theorie loswerden wollen. Sehr gerne, meine hast du ja schon gehört, also ich bin beim Tourguide. Ja, ich auch, aber vorher passiert was anderes. Und zwar glaube ich, dass die einen Unfall hatten. Ich glaube, dass es mit dem Unfall alles so weit war, wie ich das eben gesagt habe. Und ich glaube, dass der Tourguide Junior dort eine Rolle spielt und dass er so ein bisschen der kleine Psychopath ist im Prinzip. Der hat die möglicherweise gefunden und hat irgendwelche seltsamen Dinge mit denen angestellt. Und das hat der Senior irgendwann festgestellt, was dazu geführt hat. Oder der Junior war eine Zeit lang auch verschwunden, was der Grund sein könnte, warum er unbedingt wissen wollte, welchen Weg die beiden eingeschlagen haben. Um quasi seinem Sohn auf die Schliche zu kommen oder was auch immer. Vielleicht hat er ihn schon ertappt, ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass der all diese kleinen Mosaike irgendwie von seinem Sohn bekommen hat. Und quasi um seine Weste reinzuwaschen, das so platziert hat, damit es so aussieht, als ob es irgendwas anderes wäre, als es vielleicht eigentlich war. Also ich glaube, es war ein Unfall und ich glaube, dann gerieten sie an den Falschen. Ob es jetzt wirklich der Sohn war, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber irgendwie ist es schon seltsam, dass der Senior-Tour-Guide eben all diese Dinge findet. Und ja, so ungefähr wäre meine Theorie. Das klingt sehr sinnvoll. Ja, aber sehr gewagt auch. Also das weiß ich. Ich finde nicht unbedingt. Also es gibt ja durchaus Punkte, die für Unfall sprechen. Durchaus, aber halt auch Sachen, die definitiv eine Fremdeinwirkung beweisen. Insofern ist das durchaus ein Szenario, was sehr gut möglich ist, dass wir erst ein Unfall-Szenario haben und jemand das dann ausgenutzt hat und daraufhin dann irgendwas anderes gemacht hat. Und ja, das ergibt Sinn. Und wie gesagt, warum dann nicht dieser Tour-Guide? Wir erinnern uns ja auch, dass dieses Alto Romero, dieser Ort, wo der Rucksack gefunden wurde, dort besitzt dieser Tour-Guide eine kleine Farm. Also auch das würde dann wieder Sinn ergeben. Ja, absolut. Okay, also ich finde, das war ein richtig krasser Fall. Denn ja, der war richtig, richtig gut. Ich liebe den auch, ja. Also ich habe noch so ein paar Cold Cases auf der Liste, die ich total spannend finde und wo ich mich unfassbar drauf freue, wie so ein kleines Kind, wenn ich dann denke, so die zu erzählen. Aber der hier, der ist, wie gesagt, aus diversen Gründen sehr, sehr spannend. Ich mache jetzt mal einen harten Cut, gucke bei Instagram, wie deine kleine Live-Befragung aussieht, ob da überhaupt irgendwas sich getan hat. Ich befürchte nicht, es ist wahrscheinlich zu spät. Doch, es haben relativ viele Leute reagiert und... Nein, echt? Geil. Ja, und glasklarer Sieger ist B. Geil, das passt jetzt eigentlich irgendwie witzigerweise ganz gut da rein. Okay, Fabian, bist du bereit? Ich bin absolut bereit, ja. Kannst du dieses El Mirador-Erlebnis kurz beiseite schieben aus deinem Kopf? Ich werde es versuchen, ja. Kannst du deine Pulle nochmal in die Hand nehmen? Ja. Nochmal einen Schluck trinken, um frisch zu sein. Die ist schon der, okay. Natürlich. Okay, wir sind schon lange dabei. Alles klar, Leute, ihr habt euch einheitlich entschieden, mehrheitlich entschieden für. Was wäre, wenn Menschen mit Tieren sprechen könnten? Oh ja. Also was dann für mich wäre oder was sollst du... Soll ich jetzt ein generelles Szenario erzählen oder was ich dann tun würde? Das Problem mit was wäre, wenn Sätzen ist, dass man halt sehr schnell in solche fiktiven Realitäten oder sowas eintaucht, die quasi immer das eigene Handeln auch in Frage stellen. Du kannst da, würde ich mal sagen, ganz frei darauf antworten. Was wäre, wenn... Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, dann würden nicht mehr so viele Leute Haustiere halten. Dann würden wahrscheinlich auch viele Leute ziemlich beleidigt sein, zu erfahren, was ihre Haustiere von ihnen halten. Und ja, das würde natürlich eine unglaubliche Änderung unseres Essverhaltens mit uns bringen, mit sich bringen, denke ich. Weil wenn es möglich wäre, eine Kommunikation zu führen mit Tieren, dann würde es uns auch definitiv nicht mehr so leicht fallen, Tiere zu essen beispielsweise. Oder sie in schlechten Bedingungen zu halten. Das sind so die ersten Sachen, die mir spontan einfallen. Ja, an sowas habe ich auch gedacht. Also ich hätte auf jeden Fall keine Lust auf meinen Hasenbraten, wenn das Karnickel mir vorher erzählt hat, wie es sich fühlt dabei. Also das ist ja auch meine Theorie. Deswegen glaube ich ja zum Beispiel auch, dass viele Leute, die aus ethischen Gründen... Es gibt ja Menschen, die jetzt nicht total vegan sind, aber die aus ethischen Gründen auf bestimmte tierische Produkte verzichten, aber dann beispielsweise noch Fisch essen. Und ich glaube halt immer, das hat damit zu tun, dass so ein Fisch einfach nicht so bemitleidenswert gucken kann, wie ein kleines Reh beispielsweise oder ein Lamm. Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Aber wenn die jetzt alle mit einem sprechen könnten und man die nochmal auf einer ganz anderen Ebene wahrnimmt und ja wirklich auch Einblick in deren Gefühlswelten hat, dann ist es ja so gut wie unmöglich, die weiter zu verzehren. Ja, finde ich halt auch. Also ich glaube, die Welt wäre unglaublich laut, also lauter als so schon ist, weil man sich ja fragen muss, also Tiere, da habe ich jetzt mal keine rausgenommen. Also jetzt Fliegen, Insekten, Ameisen, alles. Und die haben natürlich unterschiedliche Lautstärken erstmal. Und ich glaube, das wäre einfach eine sehr laute Welt. Ich musste automatisch auch an die Ernährung von uns allen denken, aber auch daran, dass die natürlich auch kleinere Gehirne haben. Und das heißt, du wirst mit den Tieren dann über andere Dinge sprechen. Du wirst mit einer Ameise nicht über Kant philosophieren, weißt du? Ich wüsste schon ganz gerne, was so eine Ameise zu sagen hat. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Aber trotzdem wird es vielleicht eher so leichte Kost sein, sowas wie, ich schleppe jetzt den Ast nach links oder so. Wo sind die anderen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber jetzt interessiert mich, was wären denn die anderen beiden, was wäre, wenn Fragen gewesen? Ja, die wirst du ja erfahren, wenn du das hier hörst. Ach so, okay, gut. Also ich könnte es natürlich jetzt sagen, wenn du es eh erfahren wirst, aber das mache ich jetzt einfach nicht. Ich höre es mir. Damit wirst du ein bisschen schneller motiviert, das Ganze zu schneiden. Ja, auf jeden Fall. Aber was passiert trotzdem mit denen, ist eine berechtigte Frage. Ich habe ja jetzt hier eine lange Liste und sollte diese Rubrik auf Anklang stoßen und dieses Vorgehen hierbei, dann würde ich, glaube ich, die auf jeden Fall wieder in der Liste drin lassen und dann irgendwie nochmal neu würfeln oder so. Also ich finde das Vorgehen mega. Ich hoffe, die Zuhörer finden es auch geil und die Leute bei Insta, am besten gebt uns bitte Feedback dazu, sagt, ob ihr das so beibehalten möchtet. Und ich fand es geil, ich würde es cool finden, das so zu lassen. Generell, wo wir gerade bei Insta sind, die Leute, die uns zuhören, die uns vielleicht neu entdeckt haben, folgt uns da, wenn ihr möchtet. Wir machen da, weiß ich nicht, Postings zu den Fällen und auch anderen Schabernack. Ich liebe diese nerdigen deutschen Wörter, die so kaum noch benutzt werden, aber eigentlich total lustig sind. Schabernack ist ein geiles Wort. Wie gesagt, folgt uns gerne, gebt uns Feedback, wir freuen uns über alles. Wir haben vergessen, uns am Anfang vorzustellen, fällt mir da auf, weil ich so drin war in deinem, was wird Daniel heute präsentieren, was wird er mir antun. Da sind wir von unserer Professionalität in Anführungsstrichen kurz abgerutscht. Oh ja, stimmt. Aber holen wir jetzt auch nicht mehr nach. Ich glaube, das sollte jetzt klar sein. Absolut gar keinen Sinn. Die Leute haben jetzt gemerkt, dass es True Crime ist. Ja, genau, irgendwie sowas, ja. Den Rest hören sie vielleicht aus unseren Stimmen und ja, ich denke, das wird schon klar gehen. Ja, aber mega. Also du hast auf jeden Fall, das war eine richtig coole Idee von dir. Ich will das auf jeden Fall so beibehalten. Ich hoffe, die Leute finden es cool. Und ja, wie gesagt, zum Fall ist alles gesagt. Unsere Theorien decken sich. Ich finde deinen Input auch sehr geil, weil ich hatte bisher immer nur dieses Mordszenario. Ich habe das noch nie so verknüpft mit Erstunfall, dann Verbrechen. Aber das macht absolut Sinn. Ja, da sind wir eigentlich durch für heute. Sind wir durch für heute. Also ich bin auf jeden Fall froh, nicht noch mal so ein Schlechter zu erleben, so ein Jaravito. Und dass wir jetzt im Prinzip eine, in Anführungsstrichen, laue Kost hatten. Wobei ich das also von diesem, ja, wie gesagt, Unheimlichkeitsfaktor einfach viel krasser als andere unserer Folgen fand. Ja, ja, ja. Es sind manchmal auch die Fälle, wo einfach nicht, weiß ich nicht, 15 Leute mit einer Kettensäge zerlegt werden, wo halt irgendwie subtilere Dinge passieren, die einen irgendwie viel mehr mitnehmen. Ja, weil du halt so sehr hierbei die Dauer dieses Leidensweges halt mitverfolgst. Und aber gleichzeitig auch diese Bilder bekommst. Und das sind ja alles diese Nachtbilder. Ich habe jetzt nur zwei gesehen von denen. Aber das ist ja alles quasi wie aus den Augen von Lisanne fotografiert. Ja. Weißt du? Und natürlich auch. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach weiter. Nee, alles gut. Also das ist das, was ich hier so unglaublich düster und atmosphärisch finde. Ja, und natürlich auch, dass wir mitgenommen werden auf diese Reise wie in einem Film. Wir lernen die Protagonistinnen kennen. Wir sehen diese Urlaubsfotos von denen. Zwei sympathische junge Frauen so am Anfang ihres Lebens, die halt einfach eine gute Zeit haben. Und dann einfach dieser krasse Cut. Ja, genau. Das stimmt. Das ist die Perspektive der Opfer. Das ist jetzt bei anderen Fällen anders. Ja, cool. Auf jeden Fall, dass du mein Gast warst wieder. Das ist eigentlich doof, dass du mein Gast warst. Was ist das? Du bist ja... Ja, alles gut. Aber ist ja irgendwie auch so. Aber ja, auf jeden Fall cool, dass du wieder zugehört hast so. Sehr gerne. Geil, wie du die Rubrik eingebracht hast. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt uns nicht viel zu tun, außer uns auf die nächste Aufnahme zu freuen. Dann hoffentlich mit einem Zuhörergast. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr drauf. Das wird mega. Yes. Dann bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.